Hallo Leute, wir starten heute wieder mit einem Stream Squad. Wir haben gestern schon vier stunden gestreamt und heute werden wir wieder vier bis fünf stunden streamen. Ich freue mich, wir starten sofort, wir starten gleich durch. Dann am anderen Ende der Leitung ist Bunny Wigs und die anderen Boys kommen dann auch später und ja, dann legen wir los. So, Bunny Stream läuft, boy. Was geht, boy? So, soll man schnell noch Löhre in der PUBG machen wir zwei? Hast du Bock? Kann man das? Ich muss noch einen Operator ausrüsten. Und wenn du nicht willst, dann? Doch, 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 doch. Ja. Oh, Mann! Beep, Beep! Schade, dass Dings bei dir nicht funktionieren, Squad bei dir nicht funktionieren, boah, echt schade. Da muss ich mal zwischen den Spieltitel ändern auf PUBG. Jetzts spiele ich jetzt noch eine, die da übete Stöte aus in die Sinne von weg ins Krieg machen wir's mal ausgepr Hook. O Raw. No, genau. Du weißt, dass Loki und Angel auch das Spiel haben. PUBG? Was meinst du? Nein, hier das Sieg. Sieg, ja. Ja, aber trotzdem. Das bleibt nächstes Monat oder so. Ich weiß, dass mein Motorrad die Priorität ist. Über mein Auto. Ja, er hat zurückgeschrieben. Feier mal. Okay, Mau. Ich bin im Spiel, Boy. Komm, Mau. Oh, ich hab sie macht noch ab, das. Das deckt sofort, ne? Ja, 700. Steht auch 2 GB von 2 GB. Was ist denn hier los? 15 Minuten. Hä? Was? 2 GB von 2 GB von 15 Minuten. Was? Ich hab 2 GB von 2 GB runtergeladen. Halt's Maul einfach. Halt einfach dein Maul. Ja, aber es steht... Ja, halt dein Maul jetzt! Ich versteh's aber nicht. Es stehen noch 20 Minuten offen. Warum? 28. Weil Computer scheiße ist. Okay, jetzt geht's runter. Stream es an. Achso, ich muss ja auch nochmal schnell runter zur Zone, Mann. Oh, muss schon jemand schlafen. Ich bin gleich wieder da, Kimma. Ja. Dann machen wir da eine Vorrunde, ne? Was geht, Beuys? Ja. Okay. Vielen Dank. 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 Come on. Come on. So. Okay. 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 Ah ja der Nullzonenglück ne. Keine Auto hier. 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 Ich weiß nicht, ob ich mein Blut erschießen kann. Ich weiß nicht, ob ich mein Blut erschießen kann. Ich weiß nicht, ob ich mein Blut erschießen kann. Ich weiß nicht, ob ich mein Blut erschießen kann. Ich weiß nicht, ob ich mein Blut erschießen kann. Ich weiß nicht, ob ich mein Blut erschießen kann. Ich weiß nicht, ob ich mein Blut erschießen kann. Ich weiß nicht, ob ich mein Blut erschießen kann. Ich weiß nicht, ob ich mein Blut erschießen kann. Ich weiß nicht, ob ich mein Blut erschießen kann. Ich weiß nicht, ob ich mein Blut erschießen kann. Ich weiß nicht, ob ich mein Blut erschießen kann. Ich weiß nicht, ob ich mein Blut erschießen kann. Ich weiß nicht, ob ich mein Blut entspricht. Ich kann es nicht pushen. ich komm ohne skorpi scheiße aber egal das geht in den kräg da kommt angel ein kopf ja wie immer ja ja Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So, wieder da, boy. Vielen Dank. Ich bin wieder Achmed. 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 Ich bin wieder. Daneben steht mir der Panzer-Fast. Das ist doch Ronny. So rennen die doch immer rum, oder? Was? Das ist ein Panzer-Sciper, du. Panzer-Ronny. Bei ihm ist autistisch die richtige Bezeichnung. Ja, haben wir's? Haben wir's? Noch nicht, noch nicht. Na gut, da haben sie gebaut. Dings haben sie auch gehabt. Das Feld wird noch Lodschi, da das Ding so bleibt, wie es aussieht. Haben sie ihn? Wir haben einen. Ja, aber warum steht dort Lodschi in Radio und keinerlei Infanterie drumherum? Bitte wiederholen. Bei Refinery gerade. Bei Refinery sind nur Marke, das keiner. Wo soll Lodschi? Warum? Warum ist dort keiner? Das frage ich mich ja. Dort ist ja ein Radio. Aber warum das keiner hat und nix? Scheinbar sind dort schon Gegner. Das macht uns Gottliefer 3, beobachtet das mal. Die Medics, vor allen Dingen, die sehen das ja. So, wo holst du jetzt hin? Komm, einstein. Da fass' nicht alle rein. Na, ist egal, die anderen können laufen. Wir fahren zur Weile weiter in die Stadt. Wir machen hier in der 1. Ja, mache. Das ist gut. Ich hoffe es in Ordnung, wenn ich Minen legen gehe. Ja, guck. Mir gab einen Gegner in der Refinery. Ja, bei der vorbeige... Ja, bei Slums noch was malen. Wir setzen bei Slums noch eine Forb. Ja. Drei Fops? Achso, ne, die da oben geht nicht mehr. Oh, ich hasse das hier. Karambulasche! Na, da hat noch dieses Bäumehl hingepflanzt, gell? Wundert man sich immer wieder. Bleibt es hier mal an Sekrettenkippe hängen, das hasse ich in dem Spiel. Oh, hier ist es wirklich gecaptured. Wir sind aktuell zweit. So, raus aus dem Bumms-Bus. Okay, bist du noch da? Da setzen wir ein scheiß Radio rein, hier in so eine Garage. Vielleicht kann ich schon mal hochlaufen zur Kotiad? Ja, du bist noch da. Na ja, kümmert euch. Macht. Ja, ich bin bei uns. Käpt die Flaggen durch. Wir machen so ein bisschen hier, nebenbei noch die Bau-Hörnies. Jetzt gucken wir mal, wo wir es hinsetzen. Ich setze das ein bisschen. Warte mal, ist das hier überhaupt? Ja, das ist... Wir gehen mal hier hoch, da können wir zwei Flaggen zentral abdecken, mit einer habe. Okay, wir gehen zu Apartments. Ich dachte, dann bist du also... Bist du bei die Al-Akbar oder was? Ja. Ich bin bei... Was ist? Yes, yes. Alter, ich hatte das Glück noch nicht, dass wir drei, vier Runden hintereinander bei den Amis waren. Was? Was? Ich schaffel mal, wo das nicht alles auskommt. Schnackbar! Enemy vehicle in unserer Main Base. Nein! Also, Moskett aufgebaut. Ah, ist wieder... Wohin jetzt? Wir müssen mal sehen, wie wir es machen hier. Ich muss jetzt erstmal... Schaufel das Ding hoch, dann zurück zum Lodgy und gucken, wie wir es machen hier. Irgendwie eine Spawn. Weil Slums wird ja das nächste dann gleich sein. Zieht nach. Zu Slums und Allies. Wir werden dann auch noch eine Fopf. Mal gucken, ob sich das ausgeht. Ich muss erstmal wegen der Entfernung gucken. Das Plan ist alles. Wer hat denn einer Supply wollen? Für die Fopf? Ja, warte, das mach ich gleich. Ich bin am Lodgy. Ich muss aber wegen der Entfernung gucken, wo wir die nächste Fop setzen können. Achso, wolltest du dich hier nicht noch mit dem Supply? Ah, 52 Meter. Das geht sich nämlich jetzt noch aus mit Allies. Das ist zum Kotzen. Ich habe den Ostdeutschen drin, ne? Nice. Spotlight. Das geht sich nicht aus. Äh, jetzt gibt es Käpt'n erstmal Slums. Ich fahr der Weile mal schnell fix in die Base rüber, ein bisschen Skrömpel holen. Die Käpt'n also nimmt die Base zu, der steht irgendwo in Strike'r. Ich geh jetzt mal gucken. Der muss auf der Brücke bei Allies stehen und die Base bekämpfen. Ja, das ist ein M-Rap. Ich komme mal in die Richtung. Ich habe Abiji. Ist tot, ist tot. Check. Haben sie gerade pränkt das Ding. Aber sie sind mit Arends und die kommen ja heute auch. Weißt du was? Ja. Kommen in Arends und die auch heute? Doch nicht. Ich hoffe, sie sind allein. Krea wollte ich später noch. Das sind noch Infanterie schießen. Was ist denn Engel? Hm? Kemal? Ja. Guck mal, bei dir ist ein Motorrad. Willst du es mal nehmen und damit wir zusammen zu Allies fahren? Ja, ich hol's. Ja, die sind bei Allies in die Perna. Sind sie schon da oder was? Ja, ja, die sind dort auf der Brücke. Ich habe sie markiert. Da war ein Sniper. Ich nehme mich auf den. Was ist der Weg? Wie schaust du von Allies aus? Was ist das denn? Wann? Ja. Wann? 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 Ich bin... Gucken, ob ich von dir aus verbleiben kann. Gilt. Das macht immer Spaß. Du hast deinen Turban falsch gebunden Na geht nicht Ja ich war beschossen für die 50er Ich bin auf unserer Base Seite Irgendwas muss hier sein So anders Du hast gleich drauf wirken getappetit Bist du down? Nein Ja leider Die anderen sagen sie machen doch einen scheiß Dreck Unterbischof von Osten Das ist jetzt nichts neues bei SWOT Gucken wir mal SWOT 1 und 2 Was machen die so? Ja, Wildstein im Kreisranden Nordwestlich von Oasis Oder von unserer Hub bei über Oasis Stehen 4 Fahrzeuge in der Wüste Das ist Todesgebiet Das sind glaube ich 3 M-Raps und 1 Striker Die da stehen Ja wir verlieren ja Auf dem Dach ist das ne? Ist der Schütze mit dem M-G ne? Oh F*** Oh F*** Du hast den Eingeklinken Und du äh Gedück dich bewegst Um uns aufzusehen Irgendwie ist es... Die haben es noch recht verstanden Das Spiel im Prinzip Die anderen Squadlaser wahrscheinlich Ich habe vom Dach einen geholt Aber ich glaube das war zu wenig Da ist auf jeden Fall zu wenig Da ist auf jeden Fall zu wenig Das sind bestimmt mehr als einer Da ist einer gegenüber An der ähm An der Küste da An der Wand Kann ein M-G bitte noch holen? Lupin Jaja der kommt doch schon Der kommt doch schon Das ist nur ein bisschen Zeit Vor allen Dingen die Spuren an der Hub Und rennen wieder nach Nordenhof So apart Lupin kannst du mich aufheben? Lupin kannst du mich aufheben? Lupin kannst du mich aufheben? Ich bin mal in Ruhe Mensch der kommt erst mal zu mir Und hebt mich auf Ich bin Medic Dann kann ich den anderen aufheben Und wieder sie so TAK 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 Was machen wir denn wieder mal? Sie ist ja Loki Meine Beamer-Lampe endlich da ist Ist sie immer noch nicht da oder was? Ne Alter Ich mach mal ja ein bisschen Tauber spielen Sorry blablabla Und wo kommt denn das? Ich spiele mal die gegnerische Stellung Ich glaube aus Afghanistan ganz Kann man irgendwo einen Mörser stehen? Zuerst vielleicht mal top Zuerst vielleicht mal top Ob der mir fährt jetzt ane? Find deinem Rapper im Ali Thanks bud Und hast mich zuerst aufgehoben Er hält sich vorst Wo sollen die Dingsbums sein? Hier die MRAPs Stehen die bei Oasis in der Wüste? Leute Lubin kommst du mich aufheben? Ich bin wieder da unten Aber ich könnte mich jetzt nicht freuen Jetzt wäre ich bei Dingsbums Ich glaube es meinte ich Ich freue niemanden Nordwesten Aber Alter Guckt euch mal bitte die Punkte an Von die Leute Ich versteh es nicht Wir sind wieder die engsten Trottel Die irgendwas machen Cappen oder überhaupt spielen Das ist immer grausam hier 6 5 4 3 2 1 1 1 Habibis Alles nur Spaß Boy Dominik Aufgeben Zu dir schaffe ich es nicht mehr Hamrap bei der Station Tut mir halt Deutsche Rapper haben keinen Hummer Wo ist der Hamrap da Hamrap da Wir haben der SBG9 Und niemand nutzt das Ding Das ist so easy zu handen mit dem Ding Das ist so easy zu handen mit dem Ding Man kann das schon kaum schauen Und um die Ecke Wird schon Wird schon Angeschoßen Da Wird schon Angeschoßen Alter von wo? WTF von wo? Okay WTF von wo? WTF von wo? Wo stehst du mit der Karte? Bei der Moschee In der 60e Tegi WTF von wo? Okay Nein das ist ein Anti-Tegi Kann der Malik mir holen? Ist das möglich? Ja aber da kann ich mal über den Fluss lurken weißt du Dahin wo wir die ganze Zeit feststecken rüber nach Alice schießen Nimm ich die mal ein bisschen unterfeuern Ja das kommt bis denn der Loki Schon wieder ein MRAP angeschossen Frennt Es liegt da neben dem Haus Zweiter MRAP da ein Alter die können uns einfach nicht Frennt MRAP dann Nein Alles nur Spaß bei euch Enemy Vehicle East of our main base Fahr zurück zur Base Brauch Muni Hab jetzt 2 MRAPs in den Sublime Truck Geh'n Schöpher Geh'n Schöpher Geh'n Schöpher Keine oben Geh'n Schöpher Ja äh Deck die Hauptstraße durch Da wo das Motorrad steht Auf der Straße steht ein MRAP von denen Auf unserer Seite Na Suburbs Ich wollte da mit der Adi reinschießen Steht das Ausgleich vor meiner Nase Nix gemacht Ein Trauerspiel Geh'n Schöpher Ehhhh Servus Danke Servus Servus Wie schaut's raus hier? Beschissen Im Moment Wir sind die Ingen die aktiv kämpfen Und die anderen pimmeln irgendwo rum So hab ich das Gefühl Wir sind nur wieder die Ingen Trottel Die auf die Volksgestellten Ha So wie die letzte Runde Äh Ja ich hab gar 2 MRAPs abgeknallt in der Wüste Das läuft eigentlich Ja wir brauchen hier am Fluss Weil ja Alice haben wir direkt auf ungehörte MRAPs Die hier richtig Feuer machen Auf unserer Seite Ja Nen wir mal Koffen Koordinate Okay Sir Warte Ah zu letzt beim Feindmarker Mg Marker Da stand der MRAPs zuletzt Hier? Ah da haben wir jetzt auf der Brücke Bei Eis Bei der befestigten Brücke Genau da MRAPs Marker Stand der zuletzt Ich weiß jetzt nicht ob das die aktuelle Position ist Da stand der eben Deswegen hat er mich hier weggeholt mit der Anti Ich guck mal ob ich was machen kann mit meiner Gurke Ja ich check jetzt grad mal die Lage Ne ist weg Da steht da irgendwo die Straße runter oder so Haben wir jetzt immer noch auf der Brücke? Ruhig bleiben Schock bekämpfen Holla die Waldfee Da oben ist irgend ein hartes Schütz Am Marker Angriffs Marker Ja Das war eben ein Fahrzeug Ui Ah da stehen jetzt die Leute in der Stellung Ich versuch grad mit dem KM ranzukommen Ah da ist doch grad ein Streicher Alter Michterwichter wieder ne Ich hab den MRAP gesehen Die sind auf Alice drauf Mit dem Ding Und man hat denn der geschossen ist So wiegen kannst du mal vorbeikommen? Ah ich krieg massiv Beschuss Ja Tut mir leid ich kann das Ich kann dir bei Alice euch nicht helfen Das müsst ihr mit RBGs lösen Das ist vorbei Okay Die schießen Schürze sammeln Wir haben wieder das Haus gestürmt Die 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 Wir müssen die ETs besetzen Leute Das nützt nicht Und dann müsst ihr rüberballern Ich kann da nicht wirken bei dem SPG Wo rüberballern? Also auf Alice dort sind zwei Fahrzeuge Auf Alice ist ein Striker und ein MRAP Der fährt dort im Kreis Verstanden Fällt euch was offen wenn ihr auf die Web guckt? Ja Trott Alles auf langsam in Richtung Objekt Negativ Da ist weder ein MRAP markiert noch ein Striker markiert auf Alice Weil die Squadlieder alle pennen Falsch Wer war? Können du unterSP elementos? Da kommt etwas zu uns Da kommt etwas zu rüber Ja Der MRAP Recht vor meiner Namen Ich lieg ihm in der Flanke actually ja Come here for I try the right one Frenzuhren so Rappofin, warum bist du gerade gestorben? Was war der? Ich hab keine Ahnung Du hast keine Ahnung Frenzuhren vielleicht? Ich weiß es nicht Jetzt wird ja oben gezeigt, links Sie meinen dort auf meiner Position am Angriffsmarker? Hier im Haus, wo ich bin, war ein Gegner Ich hab den gerade gekillt, als er dich gekillt hat Ja, am gegendringenden Hause ist einer Ich wiederhole, hier sind ziemlich viele Feinde auf meiner Position Die sind schon bei uns Da ist ein Feind Ich bin unter dem Merkenschuss bei dir im Merkenschuss Ich bin dran Feind bei G8 Vorgringen 2 Ein Gebäude da, im Viereckigen Frau Unkel, ich bin dran, über dem Merkenschuss Der mich erwischt Ich bin down Ich bin down Sechs mal ausgeschalten Aber es ist echt zu viel, wirklich Ja, keine Chance Die Gäste sind Amis, die fallen gerade die FOP ab Das finde ich gut Hört aus, da ist ein enemy Äh, on east in the building Hört aus, da ist ein enemy Äh, on east in the building Na, ich nehme mir mal einen SVD und hänge mich mal in ein hohes Haus rein und dann gucke ich, wie man was der machen kann Nützt ja alles nix hier Ich höre einen MRAP Richtung VCP schießen Ich seh'n aber nicht Ich höre einen MRAP Richtung VCP schießen Aber vielleicht kann ich einen Truck abfangen Ich höre mal was, das kostet mir jetzt mal ein paar Tickets Crysis, wo habt ihr den Feind? Ich kann's dir nochmal sagen Ähm, G862 In diesem Vierecken Gebäude An der, an der Straßenkurve Da ist einer drinnen Ah, ganz klar, ja, ich such mir mal ein Dach Um da irgendwie Sicht draufzukriegen Dachi vor MRAP hat einen Hit Dachi ist auf Mine gefahren Schönes Ding Luke in Smoke, gell? Bitte smoke Wenn du jetzt ausstirbst, das ist scheiße Ich schieße vom Osten aus rein Ich schieße vom Osten aus rein Wie viel halten die aus? Der hat einen zweiten Hit Drei bis vier brauchen die Ich mein'n's ein MRAP ist Oder ein MRAP-Glupe zwei bis drei Okay, ich hab beide mit nichts da hin, das könnte aufgehen Ich weiß jetzt nicht, ob dieser komische Park-K-Style da irgendwas macht, außer im Gebäude hin und her zu rennen, aber... Ne, ich glaub da kommt auch nicht rüber Der lebt immer noch, der überlebt Der überlebt... Der überlebt's jetzt Äh, einmal einer Marken H818, das ist ein Scharfschütze Die liegt an der Mauer H818 Was haben sie grad geschwürt? Irgendwie ist grad ein Strike auf dem Mini gereicht hier Was haben sie denn? Wo schießen denn die? Ich hab ein paar Ich hab ihn zurück, ich hab ihn zurück 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Olaf, halt das Maul einfach! Halt einfach dein Maul! Olaf! Ist er gerade im Stream oder was? Ja, einfach schlecht schreibt er. Der soll einfach sein Maul halten, ne? Warum beleidigst du jetzt? So, hast du auch endlich Wochenende, ja? Ich? Du, ja? Äh, schon seit um drei. Das wird auch mal sein. Mal eine kurze Woche, aber trotzdem. Ja, vier Tage schon. Wir sind mittlerweile auf dem ganzen Plateau verhalten. Ich bin trotzdem noch kürzer sein. Küsten Plateau da. Ja. Ja, aber nur... Die wirst du aber so in der Runde kriegen. Wobei, die... Wenn die Supply kriegen, dann kriegen die irgendwie... Da kommt eigentlich nichts an. Oh, die brauchen wir ja so bleiben. Die ersten drei Wochen waren noch... Bei Refinery. Und dann hast du noch... Zum Warn-Error kannst du hier in das östliche Gebäude kommen. Wo wir zum Krizen der Maddy. Guck mal, wo ich bin. Ich hab's mal den Zeiger. Äh... Wir bräuchten hier eine Ammo-Box. Im Ost-Gebäude. Also nicht wegen... So kann ich auch rein? So allgemein. Ja, auch wenn man nochmal über Arbeit flucht, äh... Ohne, bist du auch scheiße. Das merkst du dann, wenn du keine hast, oder was? Das ist nicht wahrscheinlich. Ja... Ja... Naja, ich komm zu euch. Jetzt, äh... Zwangsurlaub, oder? Ne, ich war auch mal gewechselt. Wie viel Mut hatten die Kopf noch überhaupt? Tausend. Und wo verdammt dich? Olaf, halt... Ja, nehm mal, das sagst du. Nehm, zeig. Ein Mörser wäre sonst noch mal ganz... Komm, wenn da mal richtig einheizende Ebene stehen. Äh... Wie ein Mörser? Das wäre ja taktisch schon wieder verwegen. Ah... Ja, äh... Das wäre ja taktisch schon wieder verwegen. Wollen wir wirklich so professionell spielen? Oder haben wir das inzwischen... Ja, also ich blitzel den was auch gerne. Danke, Ola. Wolle, äh... Wolle, äh... Ancaps angreifen? Wie es alle anderen macht. So komplexe... Meinst du, wir wollen uns dem Ganze anpassen, ja? Und nicht positiv auf uns? Ja, das ist... Okay, Mann, du hast ja abgegeben. Ich wollte dich gerade... Ja, dann werden wir gehatet, deswegen, ne? Ja, dann musst du das bitte callen. Äh, ich schau nicht die ganze Zeit auf die Map. Danke. Aber trotzdem, danke. Ah... Also, wenn du Mörser nicht schläfst das Bescheid, dann... Ich komme... Wenn ich ein bisschen überlebe... Olaaah! Hast du dir denn auch... Der ist jetzt schon wieder rausgegangen. Alles gut. Ich blute erstmal wieder... Ich lass nicht, weil ich Streamer-Modus drin hab. Sorry. Ah, ich bin da und hier sind schon Gegner. Wo? Hast du dir denn überlegt, ob du gerne einen Klingen halt mitmachen willst? Mit Einschusssaune, so hat das denn gewesen. In jedem Fall verlockend. Das finde ich gut. Verlockend, das ist die beste Entscheidung, was du treffen kannst. Ja, das kannst du ja auch noch später entscheiden, theoretisch. Ja, klar. Ja, ich bin tot. Also, äh... Ich empfehle dir eigentlich immer den, die jetzt nicht sagen von vornherein, okay, ich will auch hier... In dem nördlichen Gebäude von Ratio. Das ist genau mein Ding. Einfach mal mit den Bürgermeistern quatschen. Ich hol mir grad ein Hochhaus und guck da mal in Richtung Abfahrts. Oder sowas. Ja, das hältst du schon jetzt dabei. Das ist ja auch sinnig. Aber... Sag mal den anderen Squad, die sollen sich ein bisschen zurückziehen. Die Aufhaltung. Also, ich hab ein bisschen so leichte Vorstellungen. Also, ich scanne von dem Hochhaus, ich sehe aktuell nix. Ich halte aber alles im Blick. Dann, äh... Weiß nicht. Also, wenn du wirklich sagst, du willst mitmachen, dann würde ich dir die entsprechende Rolle geben und sowas. Dann siehst du hier im Discord auch ein bisschen mehr. Nee, im Spawnhooker steht nix. Tja, das ist deine Tastatur, Alter. Hast du ihn? Äh, ich bin tot, aber da ist noch jemand. An der Hubs sind noch zwei Gegner. Ich habe mal einen Verbrauch von drei Tastaturen pro Woche oder so. Ja, toll. Ich mute mich mal, ne? Wie bitte? Ich mute mich mal. Okay. Ja, ich bin tot. An der Hubs sind die Feinde. Alles nur Spaß, Boy. Deutsche Rapper haben keinen Humor. Alles nur Spaß, Boy. Stoppeds coming from Northeast. Ich sehe da nix von meiner Position aus. Ach, fuck, man. Die sind doch schon an der Hubs. Ähm... Ja. Ja, wie gesagt, die campen die Hubs. Wir haben auch, äh... Äh... Ja, wenn ich euch gar nicht aufhebe, äh... Ich such dir grad hier. Ab 7, Stammtisch. Das heißt, äh... Woah, Alter! Ja, wir haben so ein paar Leute da. Ich weiß nicht, wie viele Ries man kommt. Mal sind wir 10 Leute, mal sind wir 30. Ich muss jetzt ne Lösung finden. Ich muss jetzt den anderen Lötschi retten. Aber wir haben wieder... Doch mehr anderen Leute in der Base. Und ich hab wieder Spätdienst, ne? Ich hab jetzt den ganzen Tag. Danke. Ja, deswegen haben wir ja den Tag genommen. Ja, ist schon gut, ne? Kommt schnell. Mop... 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 Mop nur den Ausländer raus, ne? Und Olaf? Sonst will das nicht. Hab dich auch lieb. Was? Warum? WTF? WTF? Wie? Warum? Weshalb? Hab's doch noch Scheiß. Ich schwankst du zwischen 3 Städte. 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 Ich schwankst du. Ja, wie gesagt. Boah. Die lassen sie ja gar nicht mal stehen, die Idioten. Da steht doch nur noch mal Lösch hier und da ab. Ich kann doch mal die Bürgermeister an oder... Katsch mit dem... Baueralkalate. Aber ist ja leider auch noch ein bisschen... Also falls er noch mehr nicht steht? Ja, leider. Hat man leider schon... Eins versuch jetzt nicht wieder wenigstens mal Alice zu holen. Am liebsten jetzt schon drauf eingehen. Die habe ich nicht merken. Dauerhafte Lift. Weiß aber. Oha. Davon bin ich ab. Übernimmst du den Tacky? Dauerhaft COE hört sich auf Stühne an. Mhm. Soll ich den einfach... Ja, ein sehr guter Umstieg. Ja ne, ist klar, gell. Ja, uns fehlt der Rallypoint irgendwo brauchbar. Ja. Ne, ist klar. Hart ist ganz weg. Nothing can stop me. I'm all the way up. Wann startest du, Moin? War das vermint, das Motorrad? Oder was war da gerade los? Da war eine Termine. Ich habe es auf der Kase gesehen. Aber ich habe nicht gesehen, wo sie ist. Das sah aus wie erst ein vermintes Motorrad mit IED, ne? Hier ist wieder... Technik, oder was? Was? Jetzt haben sie einfach stehen gelassen, Idioten, ey. Scheiße. Ja. Ist halt schlimm heutzutage. Ja, ich habe aus meinem Lodgy den Tankmask voll. Kann ich mitfahren? Ja. Ja, steig ein. Kebap Kimia und Minitur an. Die Döner. Machst du mal ein Rally? Wo ist ein Döner? Ja. Ich mache jetzt kein Rally. Ja, dann... Ja. Ich brauche jetzt erstmal in die Main-Base. Mein Booms mit. Aber Rally ist weg. Als habe er zu sein Striker. Ja. Der Ocelli ist noch da. Bloß er ist noch immer bei Fringe. Dann ist irgendwas anderes gerade weggegangen. Bei Lupin. Sonst sind auf jeden Fall Freunde. Eine ganze Menge. Ich brauche jetzt mal. Ist Bergen시� Ja, der wird wie Plätze frei. Oder eben Platz. Wer ist? Nein! Bin ich extra gespannt? Scheiße. Der hat schon zur Nöte bei der Raffinerie rein. Versucht euer Glück. Wir fahren jetzt erst einmal wieder zuhören. Ich weiß noch irren. Schießt nicht auf mich. Ich würde dir sagen Hey, der LKW in meiner Position Amerikanski auf unserer Seite Voll Ich konnte es nicht richtig sehen Nein, vier Plätze Junge, ich habe doch gerade eben gesehen das Feld Nein Ach, das recht stimmt Was ist denn das für ein cooler Leute Was ist denn das für ein cooler Leute Ja, dafür geht hier weniger Alles nur Spaß bei euch Deutsche Hauern haben keinen Hummer Alles nur Spaß bei euch So, ich habe mich wieder beruhigt Ja, kümmert euch Wir brauchen Unterstützung Okay, dann mach ich mal wieder meinen Voice an Ja Nee Olaf, das schaffst du heute nicht Aber ich habe schon gesehen Also Ich komme bis heute auf jeden Fall nicht Nee, überhaupt nicht Ich komme mit der Behinderten Map nicht klar Ja, aber das jetzt auf die Map zu schieben ist ja schlimm Ja, okay, ich bin scheiße Und halt einfach dein Maul Du hast es, super Mann Super Olaf Ja Warte, bleib Ich kann dafür nichts Ich weiß nicht warum du jetzt zu mir so aggressiv bist, aber Du kannst deine Schnauze nicht halten kannst Das hast doch gar nichts gesagt Ich sagte, ich analysiere doch nur Ja, du analysierst, analysierst, ne Ist doch der Plan Hallo, wir haben hier einen neuen Und ihr macht voll das schlechte Äh, das ist mit Squatch Schieben nochmal los Hmm Birola Keine Ahnung Hallo, jetzt würde mir das nicht egal Ich kann ja nicht Ich kann ja nicht Ich bin auch Friede jetzt gewöhnt, aber so einen schlechten Österreicher Den gab es schon lange nicht mehr Ja, ich wusste jetzt leider nicht, dass ja, sonst hätt ich den mit reingepackt, aber Ich hab den, ich hab den nicht in der Schule gehabt, von daher Weiß ich nicht viel über den Mann Ja, die belabern ständig den 4.7, irgendwie mit Italiener oder irgendwie noch mit Akzent Keine Ahnung Ich hab auch keine Ahnung, dass ich den im Kopf Also uns wurde das beigebracht, wie man euch Deutsche erobern kann Also uns wurde das beigebracht, wie man euch Deutsche erobern kann Ja, ich Oh, die Familie Die in Disco Was? Ich hab, äh, Dingens Ja, genau Ich weiß jetzt nicht, ob er jetzt seine österreichischen Wurzeln meint oder seine türkischen Wurzeln Ich hab immer was verstanden von, nicht erobern, sondern Aroma 16 bis 19 Uhr Die war also bestimmt der Wurzeln Achso, er will Familie Aroma Olaf, ich kann dir Kiesaromen besorgen, wenn du willst Er ist Südländer, er hat eine Wurzeln, die verkaufen gerne Gewürze und Aromen Was, was lustig ist, ich arbeite in einer Gewürzwirma Mach ich gut Man kann nicht verleugnen, was man ist, ne Ja, eben Ein Olaf Du bist, was bist du? Ja, Olaf müsste dein Döner sein Hallo Agbär Hallo Agbär Sexy Boys Äh, was geht ab? Bani Bani Bisschen Siege Ja Ja, ich habe je 1 und je 2 gekauft Und ich habe 16 Operator jetzt dazu bekommen Alter Ist jetzt doch alles freispielen können, was gibt es denn mit Geld aus? Stärkung in Form von 2 Mann Squad Nummer 5 mit Das dauert mir zu lange Wir ein bisschen ausbauen haben Ja genau, so kriegen die einen nämlich Das ist eine Schweinerei, ey Und du ziehst mich Und wer ist da? Wegen dir müssen wir alle leiden Ist so Ich habe ja auch nur die Standard Edition Nur du? Die gibt's die 15 Euro Wegen Olaf, weil er gleich Kannst du dich die Ultra Deluxe Edition kaufen oder so? Ah fuck Mit deinem Gegner wäschte Drohne Wie will du? Bist du zuhause? Ja Also wenn er jetzt mit mir Sieg spielen will Ist der schon zuhause? Nein, ich spiele Sieg auf Mandy Alter Fick dich mit deiner scheiß Huern Drohne Alter Ich seh gar nichts mehr Ja Mach das bitte realistisch Und sag PUBG auf dem Handy, okay? Ja, okay Aber ihr wisst, dass es dann einen eigenen Channel geht, ne? Ja, machen wir Mann, ey Kotzt an sowas Du hältst jetzt dein Schnauzen Halt du doch ein Schnauze Habt euch lieb Hm So, nach, jetzt musst du nicht zu dem schauen Was passt, ey Weil du einen Kill gemacht hast Was machst du das? Das waren jetzt drei Kill's, ne? Ah, okay Jetzt übertreibst du nicht Was geht ab? Ammonak, hoi Mehr, mehr Mehr, mehr Ah, ich kann er, mammonak Wenn er schräbt Mammonak Hol mich, hol mich Ja Kann den Einer, geh mal Der, äh, M-T-Shits liegt direkt vor deinem Haus Richtig, wenn man das, was ich zwölf Leute hat Ja, aber zu mir pushen immer wieder Gegner ran, ne? Nicht einfach Ja, ich meine nur, ja Ich hab mich selbst geflasht Ich mach dir jetzt bei Siege Nee, ist ja gut Alles gut Alter, das gibt's Du, der sexy Boy Ja, kann man Ich, ähm Wusste ich auch noch nicht so lange Auch 3 gegen 3 oder so Keine Ahnung, das hat man so alles gemacht Voll geil Dann spüren wir ein bisschen Siege, ja? Ja 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 Das hat die Stadt vermietet an Flüchtlinge Äh Ja, und neues Auto Neues Haus Neue Freundin Hol dir ein neues Leben Hol dir einfach ein neues Leben Da hat Macht der Instrumente Wir spenden 50 Cent Ich zieh nach Österreich Ja Jetzt ist er in den Schnauze kämmern Seh Äh Äh Das Spiel kostet Ja Ich glaube 31 oder 32 Euro Flinkbank Die müssen hier in der Bude drin sein, ganz oben Ja Ganz langsam um Granat nutzen, Jungs, ne? Ein Etage über Ich hatte gerade ein Hast du ja Brauch Wohnung bis zu 10 Leute Ja Aber ich kann's Äh, Trickmecker Ich kann dieses Spiel empfehlen Also es macht sehr viel Fun Speziell wenn man ein paar Leute hat, mit denen man spielt Verdammte Schäden, wo schießen die Arsch? Warte, warte, das ist mittlerweile in der Festung geworden, könnte irgendwas bauen Eine Überraschung war das gerade Alter, was ist denn da los? Auf jeden Fall sollte man für das Spiel ein Teamplayer sein Lebt im Turm noch einer? Ja Nix reicht Nur auf die Fresse Ha! Ich hol mir jetzt am Sonntag ein Bike und habe auch 3000 Euro zur Verfügung Also Ich hoffe, dass du mit dem Bike nicht ein Fahrrad meinst Und dann ein Motorrad So spendest du das nicht, damit Barney einen neuen Rechner kriegt Und wer holt mir mein Motorrad? Äh, ich Ja dann Das ist schon die Antwort, ne? Los, los, los Nice Wollen wir mal mit einer APG irgendwie die Hütte reinschärfen? Bring nix, die Räume sind zu groß Was hab ich nicht In Du, holst du dir? Ich will mir den Job erholen Ich will mir den Job erholen Verliere ich gerade nichts? Ich freu mich auf was ich mich eingelassen habe hier im Spiel Tja, bei Liv, äh, Grind, 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 Grind Nee, ich bin Medik Nee, das ist nix Problem Ich hab grad 300 Goldkriegen hier im Spiel Platz Ich hab grad 300 Goldkriegen hier im Spiel Ja, okay Also Alle aus dem Meisten Elementar ziehen In der Etage Aber 3,5 geht gut, oder? Die sterben schon mit Achtung, Handgranate ist raus Ah, du spielst der Fraktion selbst, ja Ja, und ich brauch noch nix geht Ich hab noch gesagt Zurück bleibt meine Handgranate ist entsich Und ihr hört nix Das ist geil an dem Spiel Ich hab nebenbei Serien geguckt Ich hab den doch nicht Fack, 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 fack Sind die wilden? Äh, nee, irgendwer war noch da rum Medik war da Nee, der Medik ist da Nee, der Medik ist da Guck mal, ich hab jetzt zu viel Nachschiff gebracht Jetzt müsst ihr doch noch irgendwas bauen hier, komm Mach mal ne Festung draus Da ist ein Huzo drin, ne? Ja, wir, wir, wir verwesten gerade alle Punkte, um ihn in Verdrüste als im Haus zu kriegen Ich kann aber auch Soll ich was kurz sieben ärgern? Ich brauche, ob wir noch was machen? Was? Was kurz sieben ärgern? Dann brauchen wir noch was machen Nö, Nö Lucky Boy Bist du das? Was? Ich bin doch bei dir am Team Nein, nein, nicht du Lukas, bist du das? Näher da? Drink Bank Wetter Lukas Mg Schütze auf meiner Position Äh, westlich von euch Schau auf die Karte, ich bin der westliche Punkt An der Hub Da ist ein Mg Schütze Eska, du bist das Am Boden Was geht, boy? Und heizt einfach rein, wenn ihr versucht rüber zu laufen Also du hast so viele Namen Ich kann mir deinen Namen gar nicht merken So oft wie du da Deinen Namen wechselst In dem Haus irgendwo Dazwischen die Häuser Ja, da bist du, boy Die kommen jetzt von Richtung Guest Station aus Und dann raus Boah Da oben ist einer Ich bin gerade Was labern die hier? Die smoken alles zu? Haben gelät? Dich nicht du oder ehrlich? Ist zum kotzen Wurde Gut, der bräuchte der Zukunft Da gibt's da nichts drauf Halten, bis ein Satz kommt Ich graue mich im Moment Dann auf meine Tate zu kommen Trygo Kommt von Richtung Alice Die sind zu wenig Leute bei Sub-Ops Sonst würden die nämlich cappen Weil ich zieh gerade Ich muss hier reingrappeln Aber eigentlich will ich nur den hier Ich smoke mal vorsicht Ein Sniper Ja, Sniper Ist Sniper im Südosten Ja, Südosten Auf F8 6 2 Sind sehr viele Gegner im Haus Eska Alter Wie geht's denn noch mit dir? Im Stream? Hast du schon auch nicht mehr online was los? Hat die Fahrrad Saison schon begonnen oder was? Die sind hinter der Welt Jo, die lernen sich langsam auf unserer Kopf wieder Jo, kämpf, die Maschine, ey Kämpf, kämpf, kämpf Die sind im Südwesten von der Welt aus Im Kapitän und Schönen Ach, die Kappten Und die Kappten Ääh, wie sieht es euch aus? Der Kappten und die Birks Schon Neutral Wenn, dann wirds ne Double Neutral Schau wir mal Ich will erstmal den Lodge hier Hey, der Kappt mal kapiert zurück Das passt schon What the fuck? Bei richtigen Zeit rausgelaufen, oder was? Das ist so viel einfacher mit einem Scope. Wenn jetzt jemand erlässt würde, schade. Ja, das ist halt die Frage, wer dies besetzt ist. Wahrscheinlich sind die mehr bei County Job. Ja, sind die gerade, haben hier Kontakt, haben sie gehört oder so. No, fuck, da ist er ins Haus. Habe ich nicht gehört, what the fuck. Oh, vor allen Dingen so ein SPG-Tagy, die stärkste Waffe, die steht irgendwo in der Wüste. Warum, ich könnte abkotzen. Was macht denn zur 3 dort? Na, fragst du mich, was ich nicht weiß. Die haben vor uns einen Rallye-Band auf US-Main gehabt. Weißt du noch, was die treiben? Die machen Liebe. Ich denke mal, die wollen Minen legen oder irgendwo so einen Blödsinn. Ja, wir haben es Leute, sauber. Also alle wieder zurück. Das werden die Amis aber wieder auf Alice zurückfallen. Äh, die laufen auf Alice zurück, ja. Was, die die Lodzis wasten müssen immer. Dort steht ein Lodzis, dann haben sie hier in das Taxi genommen. Alter, warum stellt er sich jedes Mal genau an meinen Fenster? Ah, fuck! Gegner auf F8, 3, 8. Direkt bei uns und spawnen. Direkt an der Front, oder was? Ja. Die kämpfen sich da durch. Gegner bei Suburbs, auf meiner Position oben. Die sind alle tot. Wie wird's so wenig löst für alle bei Suburbs? Alles nur Spass, boy. Wer von der F8 macht uns vom Radio setzt hat ein Rally. Also steht auch unter der Lodzis. Ah, jetzt macht's wieder Spaß, Luki. Weißt du das? Ist Markus wieder raus? Nee, der ist noch da. Ich bin noch da. Wieso bist du so ruhig, boy? Erzähl mal was von dir. Also ich bin in Fokus-Groß. Ich kann ja wissen. Ja, keine Ahnung. Wie kommst du zu uns nach... Nach... Ich hab ein Youtube Video von Olaf gesehen. Immer dieser Olaf. Und dann bist du trotzdem gekommen, obwohl du Olaf gegenlernst? Gesehen hast? Den Block in diesem Fehler haben wir alle gemacht, ne? Es macht doch keinen Spaß mehr. Es kommt eh zusammen, sie haben den Öff gerieben und Alice. Da ist von dieser massive Gegner würde ich sagen. Geil. Geil Käse ey. Und dem World Wide Web, weil Kema gerade streamt, aber die Millionen Zuschauer halten bestimmt den Mund. Ja, die Millionen sind schon ein paar. Einer. Und dann bist du. Eine Million halt. Ja. Wer sich der Olaf ist? Muss zugucken. Es ist wurscht Olaf, da hätte ich schon. Oh nein, das wäre natürlich jetzt ein bisschen schlimm. Ich dachte ich schau, wenn er da ein Jahr reinschaut. Wenn er über die Herzen. Stell ab, das denn. Ja, auf einmal wurscht ich eh schon. Ja, okay, meine Rolle ist nicht mehr verfügbar. Wir haben sie eh bloß das Taxi missbrauchen, ich sehe es schon kommen. Die Sucht hat mit VW angefangen. Wir fahren mal irgendwo jetzt die Feindvogel, weil Dingsbums, die muss hier irgendwo sein. Ja. Fahren wir jetzt mal hin. Da stand nämlich der Lötschi. Das war aber wirklich einig. Vielleicht kriegen wir noch Punkte, die letzten noch Tickets. Ich bereue es noch. Ich bin rechtzeitig abgesprungen. Oh, Cutter noch. Von was? Eowee, Cataclysm. Ja, ich bin noch voll im Fieber. Das war aber auch mit. Ich bin noch nicht. Wo ist jetzt nicht. Ich bin noch nicht. Ich bin noch nicht. Ich bin noch ein paar. Ich bin noch nicht. Aber ich bin noch nicht. es ist doch so sinnlos wusste ich es doch wusste ich es doch wir setzen hier hinten mal schnell ein Drellay wie der sagt, bloß ihr seid alle abgesprungen im Angstzustand oh ne, ich hasse euch Leute, jetzt stehe ich ja alleine da Mann, Mann, Mann ja, ich wollte uns gleich angreifen ich hab die ja, dann nützt es uns nix wenn wir kein Drellay haben ich komm zu dir gelaufen du bist überlebst kein Ding mach 48 Tickets, genau ich glaub das wird knapp da dass der natürlich so wasserscheu ist hätte ich nur nicht gedacht ich hab nur wieder so einen Motherfucker geholt, ne? man stört den Wasser ich mag sogar ein Zahn nicht verdienen ich bin sicher öfter gestoppen als getwittert aber ich bin sicher gut dabei naja, wer weiß wieviel Tickets die anderen noch haben schön, wo Bunger die Bude definitiv Amistron im ersten Stück ich seh sie nämlich rumlatschen aber bleib mal auf deiner Position Medich kann ich nicht holen du wirst von draußen passen kommt er da aus dem Fenster geklettert er kommt jetzt so ein Sniper ah, das war ein Sniper, ne? what the fuck naja, der fährt gerade bei meiner Leche vorbei und was was hast du dir gedacht, Markus was du machen willst wenn du fragen darf wahrscheinlich so schmied ich sag, bo mir vielleicht wirst du mal auf dich sieht er den Taki nicht stehen unseren Loochi ach 30 gehts echt nur da bis ich sie rumlöbe rum, ey, wenn die so weitermachen einfach bei was großen mit Würgen das ist ja das ist ja das ist ja das kriegt man nicht das kriegt man nicht alles nur Spaß, boy das war mein kill, du wäckst nein wer schießen würde der nicht rummachen scheiße von Asus haben sie eine dickes Finger im Seiten Mg setzt der von Asus irgendwo dieser Ball ist fahre oh man ey zack rallye obwohl können wir sogar noch ein Radio setzen wenn hier noch jemand reinsteckt kommt mal her, los, wir rühren uns noch schnell, jetzt schnell 14 Tickets noch zu mir, los, los, los weg so, ein Lochi abladen draußen schnell noch eine abgesetzt das ist bloß, dass wir die Punkte kriegen beeilt euch dieses abladen immer, das ist ein Drama mal her war zu lange dauert, oder wie ich habe die Hackaufkommen wir setzen die jetzt nicht groß auf 9 Tickets grabt grabt wie ihr noch nie gegrabt habt wo bist du? ich bin auch bis ich die Tasche höre ja alter WTF 10-12 yes boy nice nice mein Schatz Lochi geschafft oh Lochi ist positiv auch noch Chicky Chicky Ausländer alter dann schauen wir mal das mal ein werchen Squad kommen na kann sein, dass ich gleich einmal im Discord kurz äh mit Chiba quatschen muss ist kein Problem, solange die im Dings solange die im Gameboy es da ist, ist es wurscht ja äh ich bin Russell ich bin noch im Ladebildschirm ich bin noch im Ladebildschirm und das wird die nächsten 35 Sekunden auch so sein und das wird die nächsten 35 Sekunden auch so sein man es gibt hier auch aaa ich bin russische ja sehr gut sagen wir mal wo ein deutscher squad kommt ich meine eigentlich dass ZXD immer deutsch ist ja wir haben gesperrt da unten ein German Mic 3 ich mach mal zwei Medics zwei Medics und auf jeden Fall Anti-Tank ja den Leuten können wir nehmen wenn wir neun Spieler haben glaube ich oder ja alles nur Spaß mein Plan ist direkt zu Emmerhill durchzufahren und dort wenn möglich ne Base zu errichten wer soll spawnen ähm Moment achso ich hatte es als spawnen alles klar achso was ist das denn naja egal gut ich wurde schon wieder aus meiner Specialist Class rausgekickt geht das jetzt irgendwie als Feature oder sowas auf Servern das sieht in letzter Zeit nämlich so oft dass ich eine Specialist Klasse nehme das Symbol angezeigt kriege und 5 Sekunden später wieder ein normaler Rifleman bin ich hatte ihn mir gelesen ok gehen wir raus ne keine Ahnung ich hatte ihn mir in den Patch Notes gelesen dass ich das angeblich gefixt hätte Problem ok aha ja das ist so scheint nicht so erfolgreich was meintest du ja respawnen oder warten dann wechsle ich gleich zum AT wenn ich fühle mal so lange noch Grenad machininguner ist wahrscheinlich sinnvoller glaub ich und den wechsle ich dann gleich das können alles wenn wir haben Transport LKW äh squad lead warten oder spawnen 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 ich glaub du hörst echt nie zu oder Kim naja du das hat mit den Zuhörern nichts zu tun ich verstehs meistens nicht weil drei Leute zugleich sprechen ja sehr gut sehr gut kann ich draufsteigen ne na mir wurde der LKW gerade weggenommen dann nimmt die Kette wie der Eck weggenommen sollst du uns erfüllen oder nicht? ne ich hab noch den anderen gehabt ach so ich wollte beide nehmen haben sie verhindert? ähm lost nee auf dem Falschen ok auf dem Falschen ok ich glaub ein Medic ist im Falschen Truck und Kemal der andere Medic liegt noch hinter uns auf dem im in der Main Ok Kemal gehen das Half-Track-Dings ja ich wurde die ganze Zeit zusammengefahren deswegen konnte ich ja nicht kommen alles nur Spaß boh ich heute repart mhm in Speziales Enduro Mountain Bike nachdem 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 Okay, alle raus, siehst du noch? Ehm, ich setze direkt mal einen Rallye-Pont. Ja, einer der keine wichtige Klasse hat, Logifahren. Alter, der fährt ja scheiß zusammen, komm jetzt. Alles nur Spaß, Boy. Ähm, Squatly, auf Norden, direkt. Okay, verstanden. Check Kontakt auf 00 Nord, direkt auf Damo Hill. Pass auf, die sind jetzt hinter den... Wir sind jetzt hinter den Holzmachern auf. Vorsicht, APC hier. Ich habe leider erwischt. Pass mit dem 30er auf, die haben oben auf der Flagge und links auf der Straße ist ein Fahrzeug. Und oben ist entweder ein Fahrzeug oder ein 50er. Okay, verstanden. Also da, wo ihr hinfahrt, links von dir, genau, ist ein Gegengang. Auf Null sagte der, ne? Auf Null Noten. Null, Null. Ja, die sind überall jetzt schon. Okay. So, ich bin raus. Versuch mal zu mir vorzustoßen. Wir cappen jetzt. regieren. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, ich weck den Wechsel gleich. Haben wir eine Ammo-Crate hier oben? Noch nicht. Die Dioten haben die V-Pliebs weit hinten gebaut. Die Dioten haben die Dioten. Sie sind auf dem Weg. Die Dioten haben die Dioten. Soll ich vorhin noch zum AT wechseln oder erstmal LMG bleiben? Nimm am besten mal AT, es könnte nicht sein, dass die da sofort mit AT anrücken werden. Okay. Boah, ich muss hier hinten laufen. Aber dann gib mir kurz ne Minute, dann wechsle ich eben schnell. Jo. Dann haben sie mich jetzt hinten bei unserer FOP eine Armutstation gebaut. Wir haben Kontakt auf Nord-West und Tal unten. 327 Grad ungefähr. Sniper ist auch in Achtung. Okay, Planänderung, wir defenden das hier auf jeden Fall erstmal. Ja. 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 Da. Ja. 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 In meinem Squad waren zwei geniale ludzifahrer, die einfach stumpf für den Euro BTRs reingefahren sind. Cool. Obwohl, wie ihm gesagt, sie sollen es nicht tun, weil sie meinten, ins deutsche Squad zu gehen zu müssen, um beide kein Deutsch sprechen zu können. Ne, wieso? Überbewertet. Kommunikation und sowas braucht man nicht. Das deutsche Rundfunk? Das genau, bei diesem Spiel nicht. Da oben wieder sauber. Gut, wie gesagt. Bei was denn? War ja auch alles klar. Mehr oder weniger, wir haben unten im Nordwesten am Hang, das sind so, da ist auch Smoke, das sind so 200 Meter entfernt, da sind vereinzelte Infanteristen gewesen. Die haben mal eine Rakete hochgeschossen, aber da kam nichts Großes. Okay, danke. Jetzt wieder, sie hat doch irgendwann der Vorsitzende hinter euch. Im Nordwesten. Oh, Mann, du blutest. Kötter, halt lieber weiter aus, vor Richtung Nordost. Wir haben genug Leute da vorne. Nordwest meinst du? Ja, Nordwest. So, ja. So, ja. Ich werde noch ein bisschen durch. Naja, dieser Sable-Tag ist zu viel im Kreis gedreht. Ja, zu viel im Kreis gedreht gerade. Also, das ist schon mehr im Amor. Alles klar, es war gerade... Wir haben wieder Kontakt geohnt, am Nordwest. Okay, verstanden. Wir nehmen die Brach, wenn ich die Bescheid sage, ne? Aber die haben die Brach, was gerade eingenommen und... Ja, dann gehen wir direkt zu Hilltop. Leute! Moin! Wir sind auf zwei. Ja, wo auch sonst. Nordwesten von uns sind noch Gegner. Ancient, bist du da? Ja! Na, Angelman! Mein Liebes! Ding, du! Ich Ding! Mein Liebes Ding, du! Heißes Ding wollte sogar. Na, heiß ist auch nicht. Boah! Was? Was? Das ist immer noch Gegner im Nordwesten. Brennst du? Ja, die sind ja jetzt egal, ne? Ja, aber ein bisschen Kippenwort wäre nett, dass das scheiße... Ja, es ist trotzdem scheiße, dass die uns den Rücken fallen jetzt. Ja, wir greifen Hilltop vom Süden an, dann müssen wir eh an denen vorbei. Rücken, ich muss mal einen mit mit euch, ne? Ja, das sieht aber sehr stark nach vereinzelter Infanterie aus, die da herumläuft. Ich hab das auch gerade noch mal welche gesehen. Sieht nicht wirklich nach einem organisierten Squad aus. Naja, wie gesagt, ich meine, das ist kurz nach, wir hatten irgendwo einen Rallypoint steht vorhin. Ja, ich würde sagen, wir, wir basen einfach jetzt den Rallypoint dann einfach. Bin schon unterwegs. Gibt's jetzt besser? Ach so, ich hab Kontakt von meiner Position, 2,79. Ich... Wenn ich den überhaupt dann auf und zwar war da? Ja, ich hab Rallypoint gesessen, also... Äh, Richtung Nordwest, Richtung Nordwest an der Kante. In unserer Position, 2... 88, 2,90 hinter den Bäumen. 2,97 ist einer direkt hinterm Baum. Und 3,50 ist noch einer hinterm Baum. Da geht einer von unserem Team, den Dackelmeister. Einer versucht sich zu plantieren, der ist auf unserer Strasseite. Ich glaube, ich hab ihn gekriegt. Dankeschön. Boah, Position 8 von 8. Das hat keiner dauernd. 8 von 8? Ja, 8 von 9. Ja, die kriegen hier aber gerade ordentlich auf die Fresse. Ich denke, die werden... ...nach und nach das Spiel verlassen. Nein, geh deine ab. Wir haben gleich, äh... ...alle Punkte. Wow, was ein Stück ist, Medic 2. Ich glaub, die haben da unten einen Logi stehen. Auf meiner Position! Solid, auf meiner Position. Direkt ein Stück nördlich von... ...das ist einer. Jetzt zwischen uns und Squad 1. Ich versuche mal, ob ich die Jungs kriege. Gut, wie gesagt, nicht aufgeben, ne? Ich glaube, aus dem Nordwesten kam, noch aus dem Nordwesten gestorben. Also, das ist schon noch ein bisschen auf. Ja, wie gesagt, die haben da hinten auch einen Logi stehen, ne? Das ist kein Logi, das ist ein Trupptransporter. Das würde ich so ganz schuld daran sagen. Und... ...Richtaufgebung, ich bin bei dir. Ey, wir können also direkt rein jetzt... Hinten am Trupptransporter sind noch fein. Ja. Das ist super komisch. Manchmal, Angel. Ich hab immer dieses... ...EAC... ...Authentification Timed Out oder sowas. Einmal neu starten, kann ich wieder spielen. War das auch das, was du hattest? Nee, bei mir... ...Bei einer Prüfung einer konkreten Partei... Kurzbleiben, kurzbleiben. Jetzt geht's. Ab in Kontakt. Ich wollte von Hilltop. Äh... Hört ja nicht vor dir. Boah! Südlich, wenn meine Position ist, dann auch noch geht es zu Berg. Lebt ihr noch? Ich hab schon gesagt, den Squad-Update. Äh... Glaub nicht. Äh... Ach, wir sind alle da unten. Die Pop-Armo-Hill ist halt auch weg, ne? Naja. Ähm... Ah... Fuck, Hinten, Hinten hat. Äh... Die wurden gerade angegriffen. Ah, da gibt's halt jetzt gut abgeräumt, ne? Der hat den ganzen Squad rausgelischt. Der hat doch doch Grafane Station an. Wenn... Ich weiß das nicht. Ich... Ich... Ich weiß das nicht. Das ist... Das ist... Überlaubt der Mysterium. Vielleicht sind das irgendwelche Pläne. Weil das ist etwas, womit sie ja niemals gerechnet hätten, dass sie's getan hätten. Weil's ja nichts bringt. Und Squad 5 missbraucht den Lodge hier als Taxi. Ist auch schon mal gut. Ja, klar. Ja, weil der eigentliche Truck steht ja einfach bei meinen Entrits hoch und macht nix. Also logisch. Ja, wir fahren Main und nehmen dort einen Pratzer. Ach, das macht Spaß. Wie gesagt, dürfte gleich vorbei sein. Oder rennt er dich schnell. Hallo. Hallo. Moin, Crea. Was geht? Nicht viel, sondern sie sind. Alles, was Füße hat, ne? Okay, ja, finde ich auch. Genau. Genau. Ne, äh, äh, hier, testen wir kurz die Blinker aufgehend. Okay, sehr gut. Wir haben voll die, voll die witzigen Leute hier. Wir sehen die Witze, ja? Ja, das machen wir für alle eins. Oh, wir labern für die Ende. Ich mach das. Ja, wobei, äh, unser Squad-Lead ist ganz gut. Und, äh, wir ziehen die anderen gerade ziemlich ab. Dabei sind wir das einzige Team, das redet. Ja, Squad-Lead ist wirklich das Neues. Okay, der Plan ist, dass wir, äh, zum Logi fahren, den auf jeden Fall erst mal nehmen und dann noch shop errichten. Bei Train Station Logi, der links davon. Äh, ich hätte es denen bei Fünfer Rally Point oben gesagt, aber... Warum läuft der in Twitch nicht? Mir egal. Ja, lass da hochfahren, der steht sonst noch dumm. Warum läuft mein Twitch nicht? Warum schaust du mir nicht zu? Hä? Hm? Weil ich gleich spiele. Opferlam. Opferlam? Na, das ist Haram. Opferlam ist Haram. Ich bleib gleich im Live-Exo-Wählen. Was trinkt mir das, wenn ich dann parallel mit 10 Sekunden Verzögerung das sehe, was mit dem Ruh ist? Ja, ich weiß nicht. Vielleicht ergibt dir das, dass das nötig jetzt was, ne? Ich bin mir jetzt eh mal ne Pfeife fern. Während wir da beim Fun sind. Äh, 400, aber die Gegner haben keine einzige Flagge mehr. Hab ich jetzt rausgeflogen, oder was? Ja. Deswegen wäre es Position 8 von 8. Sehr gut. Ah, ich mut mich mal kurz ne Runde. Okay. Schöne Grüße. Pfeu. Ach gut, jetzt recht das Spiel schon vorher. Ich bin erstmal weg. Ich muss mal hier Datenchecken machen bei dem Spiel. Klappt schon wieder ab, die ganze Zeit. Jo, hatte ich, äh, Forges. Für mich nervig. Ja. Tschüss dann. Ciao. Tschö. Ich bin auch mal weg. Okay. Und wenn was ist, sag Bescheid, ne? Jo. Tschö, bis dahin. Nachricht des Servers. Der Server hat die Verbindung getränkt. What the fuck? Wir sind noch im Game, Floki? Ja. Mutig. Ich muss mal reinkommen. Ich muss mal reinkommen. Das ist ein, äh, ein Dings gewesen. Ich würde mal reinführen. Ja. Ich würde mal reinführen. Ich würde mal reinführen. Okay. Amen. Beinmal bitte, danke. Zweimal bitte, Kemmer möchte auch genau eins. Und mal schnell relocken, was ich weiß. Ja. 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 Verstanden. Ja. 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 Geht er richtig voran. Position 7 von 10. Junge. Also, morgen oder so bin ich dann da. Wie viele Tickets noch? Wie gesagt, bei uns ganz viele. Bei denen glaube ich nicht so viele. Wir haben gerade noch ein Fahrzeug zerstört. Und das sieht gerade so aus, als wenn wir gleich die letzte Flagge, wie gesagt, neutralisieren. Dann geht es zack, zack, zack. Ja. Dann geht das klatsch, klatsch, bäm, bäm, bäm. Oh ja, Assi-Ton. Ich will mich wochenende hin. Ich komme gleich wieder. Ich bin mal schnell bei den Boys im Invoice. Ich bin jetzt gerade aus dem Spiel rausgeflogen, jetzt bin ich in der Warteschlange beziehungsweise noch am Laden. Alter, ich habe dir über die Hälfte HP weggezogen. Was? Dein Kill war gut. Yes. Bani? Bani, wie viel Geld hast du jetzt in das Spiel reingesteckt? Ähm, eigentlich so viel, wie es Spiel auch sonst gekostet hätte mit, äh, mit Operator-Freishalten und allem. Also knapp 70 oder was? Nee, noch nicht mal. 15 Spiel. Hm? Äh, vorhin 20. Da wären wir schon mal bei 35 und nochmal zweimal Operator freikaufen. Also das kleine Paket. 45 Euro. Okay. Das ist ein bisschen verblöde. Insgesamt jetzt, also schon über ein paar Monate. Ah, läuft, ne? Wir machen richtig viel Geld mit euch. Mit mir nicht? Naja, ich habe nur das... Naja, ich habe nur das... Ich habe nur das 15 Euro Paket gekauft. Nein, das weiß ich ja. Es geht um... Also nicht falsch verstehen. Es ist das gleiche wie bei... wie bei FIFA oder was wir ja immer... Das ist überall. Das ist überall. Ja. Ja, okay, Operator ist ja schon ein bisschen anderes System als woanders da eigentlich, ne? Ja. Ich bin wieder mal um, ne? Ich konnte mal Hallo sagen. Okay. Tschüss. Du wolltest doch nur wissen, wie viel ich reingekacht habe. Nee. Das war nur für Interesse. Gibt es denn morgen ein paar Fotos vom Auto? Mach ich, ja. Hast du den Mercedes jetzt eigentlich genommen oder was anderes? Ich fahre morgen hin. Ich fahre morgen hin. Also der steht jetzt zu... Zu 95% steht das fest. Na, ich bin raus, ne? Bis Moin. Oder bis später, bis später. Bis später, nicht Moin. Wenn er mir gefällt, nehm ich ihn mit. Mach's gut, geh mal. 11 von 11 man kann nicht in meiner pfeifen doch komisch halten kam mir gerade kam mir einfach natürlich vor was sein anz nein hab dich lieb oh Aus Süden, aus Süden. Zock doch mal dafür, dass ein paar Rage-Crit machen. Danke. Ja, gewonnen. Da bin ich mal gespannt. Gut, dann habe ich mir eben ein neues Bier, nachdem Sven das einfach nicht macht. Schlag die. Wenn er einen Wein trinkt, aber mir nichts holt. Das ist euer Ego. Mega. 3-7. Ja. Ich join, ne? Fragezeichen? Na? So, 0 von 0. Join doch. Oh, Stück. Stück, Stück. Ja, irgendwie... Sieht das allgemein gerade komisch aus? Ah, jetzt. Ach, die Wintermap. Nice. Einfach, dass er sich bei mir noch fängt und nicht, dass er sich jetzt wegen Map wechsel... Ich spiele in der Army. Oh, Momo ist im anderen Team. Das käme als Freund. Hm. Mal irgendwie das Gefühl, ich muss Warteschlange verlassen und neu beitreten. Dann, wenn, wenn, dann tue es jetzt schnell. Na, jetzt beitreten. Ja. Puh. Du musst zu mir, bitte... Ich glaube, ich glaube, du kommst ins falsche Team, weil wir sind mehr. Viele, viele mehr. Ja, musst du zu uns rüberkommen. Nein, ich will mich schon wieder, Ivan. Was hast du gegen Ivan? Inkel bist du drin? Ich bin so tief drin. Also, ich lade gerade. Also, ist die Runde aus, oder? Naja, schon mal in der... Nein, da kann man auch ran. Wo hast du das Team, Sadia? Oh, ne Scheiße, das Ding liegt auf der SSG. Army. Trotzdem mega viel. Ich würde gerne noch... Oh nein, Angel ist falsche Team. Vor allem ist das Team, das auf die Fresse kriegt. Ich spür's dir. Du kannst auch nicht wechseln, ne? Erstmal muss ich überhaupt erst mal irgendwas drücken können. Äh, Team, yes. Nein, darf ich nicht. Unbalanced. Jetzt vielleicht? Team, yes. Nein, unbalanced. Warte. 33, 33 steht's. Schatz, komm ich rein und dann kann er wechseln. Jetzt, jetzt. Ah nein, jetzt hat Kalle das schon gemacht. Jetzt, jetzt, jetzt. Das ist ja auch nicht. Ja. Oh, da wohnt die Ananas ganz tiefen Meer. Voll, voll, voll. Ja, darf nicht. Ich will aber nicht. Jetzt. Ah nein. Du bist zu langsam. Alter. Da musst du selber drauf achten. Ich geh jetzt hier in fette Schweine-only-squat. Was? 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 Noin. Oun. Oh nein. Oh nein. Es kann sich nur noch um Stunden handeln, bis das Spiel gelandet wird. Soll ich spawnen oder... Äh, warten. Angel, versuch's mal jetzt. Du bist doch gar nicht drauf, oder? Ja, doch, jetzt schon. Nee, darf nicht. Da bin ich jetzt schon bei den Kammis. Ja, er ist auch bei den Russen. Da muss ich echt drüber, wa? Ich hasse euch. Moin. Da muss ich selber an den Regen-Song. Nee, kann ich nicht. Hö, hö. Also ich... Nee, kann den Rüller. Ist der Squad überhaupt deutsch? Keine Ahnung. Wir können auch, äh, darunter zu dem Husky gehen. Ins Admin-Spot, aber wahrscheinlich will er uns da nicht haben. Boah, hey. Ja, ich bin drüben. Ha, läuft. Team, yes. Nein, darf ich nicht. Ha, Habibi war schneller, bitch. Wir müssen eigentlich nicht mehr spielen, gehst doch zu. 38, 38. Guck einfach in Kim als Stream, und dann snapst du ihn immer weg. So wie du gestern, oder was? Ich hab nicht, ich hab den extra ausgemacht. Ich heiß nicht Tassnick. Ach, Alter, das andere German Mikkel ist voll, ne? Da wär's schön gewesen. Kaum zu fette Schweine, Junge. Ich bin schon da, fette Schweine. Junge. Magic. Äh, was seid ihr? Was? Was? Das ist echt gut, dass du und Olaf, dass ihr so gerne Medic spielt, ey. Ich spiel überall Medic, was ich mich jetzt wusste. Ist das manchmal ein Scheißjob, oder? Servus. Soin. Rally kommt gleich. Servus. Bin ich fett, darf ich trotzdem hierbleiben. Du bist nicht fett. Raus. Raus. Nee, ich bin nicht fett. Nice. Ja, das ist ziemlich schlecht. Angel Boy ist auch da, ne? Du bist auch gay-Anspornbrun. Das ist schön zu hören. Also, ich muss eben warten, bis fette Schweine... Die fette Schweine... Was nicht ist, kann ja noch werden, ne? Wie bitte, Liebes? Die macht ja vielleicht eine LVB bei Industrie, ne? Oder... Äh, ja. Nee, Train Tunnel ist oben eine LVB schon. Achso, okay. Ich weiß nicht, was unser Typ hier vorhat. Ach, du bist doch auch da jetzt. Ja, gleich noch. Äh, können wir bei Train Tunnel raus? Ja, besser bitte, dass wir gehen. Train Tunnel sofort. Yay, ich bin da. So, Konzentration. Da wird schon geschossen, oder? Oder ist das noch? Ist denn eine Ansage vom Squad Lead, was jetzt zu tun ist? Ich war nicht da. Na ja, warte noch. Was bist denn du? Du bist Sunny. Der Kalle. Das ist ein Geh. Ich bin ein MG. Nee, ich rede mit dem Kalle und nicht mit Snap. Ja, ich bin fertig, ich lauf nicht. Das ist noch was. Alle klasse Kombatter. Alle besteiern. Ja. Ich bin ein Geh. Aber. Alter, die sind doch voll gesorgt. Los, abmarsch. Wir greifen mit an. Was die anderen tun, ist scheißegal. Falk, ich will das ja nur ausdeutschen, ne? Jeder gesprach. Markierst du wieder, oder? Ich fahre danach. Ist schon gesetzt. Ist alles schon... Mann, Mann, Mann. Die holt der eigene Medik nicht. Nicht klappen, ruhig, fein, komm. Du darfst ruhig am Rally fahren. Da ist aber irgendwo drei. Ja, ich kenne die Kalle. Ja, ich kenne die Kalle. Ich kenne die Kalle. Wir sind einfach nur zu viele Leichen. Ach, ich war einfach hin da. Not an enemy on me. They are pushing train. Ne. Ist das was? Na, unsere, oder? Kannst du ja gar nichts sagen. Loki, wo seid ihr? Wo bleibt ihr? Wir sind im Train Tunnel. Okay, wir sind draußen. Wir sind an der Markierung. Wir sind hier auf der Karlsruhe. Aber da kommen unsere Scott-Typen, die kommen gerade raus vom Tunnel, oder ne, unter uns sind die. Ja, wir müssen ja erstmal hier einnehmen. Wie einnehmen? Tunnel, jetzt haben wir Tunnel. Okay, danke. Ich bin gerade am überlegen und mir angreifen. Die Factory. Damit rechnen die nie, dass die fetten Schweine an der Front vorne sind. Ja. Aus mit den Kameraden, wir greifen an. Ein Hoch auf die fetten Schweine. Jep, wir sind fett, aber nicht ängstlich. Schweine sind aber hartan, Bruder. ja Nein. Okay, mein Nein. Ja? Cheers! Wo ungefähr, Jungs? Ist das ein Gegner-Saxe? So geil, Alter! Ist das ein Gegner-Saxe? Komm, ich verbinde dich. Ah, Jesus. Ja komm, hör mit dein Arsch. Ja, ich dachte die ganze Zeit, Mann, scheiße, leckt das einfach nur, dass er mir die Dinger nicht anzeigt? Das hat er die falsche Farben anzeigt, oder was? Nee, er hätte gar nichts angezeigt, aber, ne? Finger im Arsch, ne? Angel, kennst dich ja aus. Habt ihr gesoffen, oder was? Alter, die sind voll wie sonst was, ey. Fettenschweide, ey. Pennywise und Terence Hill. Tiger, willst du mal mit reinkommen? Hier, ich brauch mal einen Fahrer. Ich glaub die bei Snap, oder? Factory hat's geheißen, oder nicht? Factory hat's geheißen, oder nicht? Ja, und ihr sollt in den Wagen da, in den einen noch mit rein. Bei Snap, ne? Ja. Wie sie alle hier schreien. Ja. Sag mal was. Was? Komm vor, wenn sie nicht nachkommen. Vorregen. Vorregen. Ja. Komm mal, komm mal, komm mal. Oh, shit. Ich bin Fahrer. Sehr schön. Der Snap übernimmt. Der Snap und Angie übernehmen E-Fahrzeug. Das lassen wir mal als Sicherheit hier unter sich sagen. Angie. Wir machen jetzt kompromäse Schreien mit dem Messer Kehlen aufschnitten. Ah, läuft, Alter, läuft, Alter. Okay, wir fahren jetzt da. Ja, jetzt redet er gar nicht. Ja, ihr sollt fahren. Ihr sollt hierherkommen. Tire Factory. Ja. Und wie gesagt, das bringt nichts, wenn ihr im Discord antwortet. Ihr müsst dem... Ja, nee. Von klar. Von klar. Von klar. Es sind nur... Multitasking. Was kennt der... Kann ich das nicht? Ach ja. Die labern die ganze Zeit in einer Natur hier. Ja, die können die nicht. Ah, im Lokal-Chat. Gott sei Dank. Die singen die ganze Zeit. Dittyittyittyittyittyittyittyittyittyittyittyitty. Immer rein da. Immer rein da. Hm, Alter. Wie soll man so im Piet springen? Soll ich die Waksche da oben krempeln oder was? Ich glaub, die haben mitfacht Jessau. Warum machen wir gleich einen Lampearte oder sowas? ワstd desarrolles? Ich habe eine Mauer gefangen. Raus oder wie? Geh mal raus. Geh mal raus. Wow! Bekämpft 70. Aufpassen. Auf 0,65. 0,65 sind Gegner. Ja, habe ich eine Mauer vor mir. Da wo wir hergefahren sind, kommt auch ein bisschen mehr von denen. Fuck! Irgendwas. Auf Rädern. Ich geh rauf. Geh mal raus. Haben wir Respawn hier gesetzt? Ah, einen Ding haben wir. Ja, hab den. Ich denke nur lab. Selbstständig bekämpfen. Das ist schon Lonely. Ja, das ist ein geiler Name. 15 Sekunden noch. Ja, aber da stehen noch mehrere Fahrzeuge. 70. Und das nächste Mal müssten wir hinschreiben. Ah, fern wir ja nicht. Das nächste Mal müssten wir hinschreiben. Tringen heilen ohnlich. Hehehehe. Scheiße. Ich bin umgefallen. Der war schon hier drinnen, der Team. Hehehe. Ich bin tot. Nein. Nein. Ne, bis mit mir. Bullshit. Da ist mir gefallen. Ich bin schon. Ja. Ich bin hinter dir. Thema, kannst du mich versuchen zu holen? Äh, glaub ich. Auf jeden? Ja, die jede Menge ist oben. Könnte es gut sein. Auf jeden? Auf jeden? Ich muss nur lokalisieren, wo du liegst. Ich lieg hier in der Einfahrt. Am englern. Äh, Angel, deckst du mich? Äh, ich gucke. Meteor coming in from north. Okay, da sind ein paar Mates sind noch da. BTR. He's going west side. He's going west side. Oh, das ist gut. Kann ich den abschneiden? BTR östlich. 073. Ja. Schnell, geh halt. Schnell, geh halt. Ich glaub, dass ich... Zwei misiere. Oh, er kommt nah. Wir kippen. Ja. Ich hab schon eh. Oh, shit. Der steht quasi direkt vor uns, oder? Ja. Nicht bewegen, nicht bewegen. Boah, fuck. Wie er mich hasst. Einfach nicht bewegen. Ach, nee. Schnell, ich will auch schießen. Ich hab noch eine Regale. Ach, ich hab noch blut. Bind hier so lange. Sonny! Fück dich nicht, Loki. Jetzt, kriege ich dich. Vor allem einfach nicht bewegen. Was soll ich denn machen? Ich bin tot. Nee, ich dachte ich hab dich geholt. Nee, Schweinerei. Jetzt hab ich dich geholt. Film mal her, Alter. Sag, wo ist der Wagen hin? Der ist da hinten weggefahren. Er hat auch schon gut gebrannt. Ja, deswegen ja. Engelplatz da? In Süden oder was? Richtung Süden... Na, Osten ist er gefahren. Aus der Straße Osten. Nein. Da, wo du lang gehst, ist er schon lang. Ja. Was labert der? Er kommt wieder. Oh, Shit. Die Rakete ist durch. Panzer durch. Was für'n Scheiß. Aber ob du zu Nord-Reinbach... Na... Hat aber schon... Ah, das wär natürlich gut. Das wär natürlich gut. Insel, verbinde dich, verbinde dich. Verbinde dich. Keine Dings mehr. Nee, verbunden hab ich schon. Aber jetzt auch keine Verbände mehr. Ja, ich bin ja da. Ich bin ja da. Ich stecke euch gern mein Finger rein. Um die Blutung zu stoppen. Das ist ja kein Problem. Oh ja. Genau. Ich steck ihn rein. Ist schon klar. Wollen wir mal rüber zu Clown und Terence? Geben. Okay. Oh, ich bin nicht... ...uhr, ich bin nicht vollzulegen. Das sind Pullen bekannt in den letzten KM. Äh, jetzt hören wir uns lustiger. Auf vier Spawns, left. Oh, ich bin nicht vollzulegen. Ok, ok. Okay. Neuer, neuer Rally ist jetzt. Einen Ange, du! Einen Ange! Alter, Alter! Mega auf Droge, äh! Voll! Ihr habt doch geraucht, äh! Hälst mal was anderes, außer nur... Los, los, los! Angel, Angel, Angel! Das ist bei mir nicht. Es ist immer noch ein Spiel und kein Militär-Simulator. Ein bisschen spannend. Ja, aber... Militär-Simulator ist auch ein Spiel, oder? Vor allem ist das ein Militär-Simulator. Aber, naja, egal. Wenn er meinen. Ist schon okay. Er soll mich ja nicht töten. Er soll mich ja nicht töten. Die wissen, dass Squad 5 hier ist. Da greifen die Uni an, die Schilder. Alter, geil! Die Schilder! Nein, ich... So, warte auf. Das ist ja noch mehr, oder? Nein, nein. Elino. Ich hab durchge... Okay, genau. Hast du durchgegeben? Was hast du für die Linke? Ich hab durchgegeben. Gut, 5 hat Gap. 3 von Fuckry und... Wir halten Arschloch. Schön verteilen, halten. Macht auch so, wollt. Angeln geht. Nee, nee, nee. Eisangel, ne? Oh, fuck, der Fuck, Alter. ja zuerst in die jetzt an und wo okay von 75 und 70 also der spaß hat einfach so geschossen und waren keine namen drüber deswegen dachte ich ja wir brauchen jetzt ich habe nicht mehr nam 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 na leber gab es dann erst mit zwiebeln das mach nicht Menschenleben aus was ganz feines also brennenweiß ne schmeckt halt zu jul ich bin jetzt echt der ginge schade ich bin jetzt bist du zwei ich bin ein du das den will ich ich bin Die haben nicht nur was geraucht. Meinten sie doch, die haben nicht nur was geraucht. Naja. Die Spritze auch noch im Arm. Ich glaub die Spritze steckt noch. Naja. Der ist ja, der wird in den Beinen wieder. Ich kann jetzt da rüber, eine, ein bisschen. Halt doch. Nicht denen los. Gute Arbeit soll man doch bezahlen. Na aber. Bin ich einfach unter Graf. In Lachstitter zu beidem ist alles gut. Wir sind rallye aus. Da ist ja noch genug Spawns da, ja. So ne Bananen schätzt ihn von selbst. Ja, ja. Nach neun Spawns. Das ist das langweilige an dem Spiel. Die ganzen Versteffen. Ist alles gut, ja. Ja. Ich fand das total entspannt. Ich mach nicht so den Squad Leader. Ich bin zu fetten. Ich mach den Squad Leader nicht so auf, weil ich so fett bin. Ach so. Ich hör ne Kette. Ich komm ne Feind jetzt da. Richtung Südostraue. Okay, niederkämpfen, niederkämpfen. In meinem Je. Das ist der Scheißigall. Hauptsache alles knallt und rumpft. Die Kette höre ich. Z. Tysk, wie schaut's bei dir aus? 1 Squad kam in 1 Squad kam in ok ok 3 300 m zu meiner Position ok 300 m von seiner Position kommt die ganze Squad Reihe Kette auf die Berg 155 165 AG, Feuer, AG Kette kommt Kette kommt Kette fährt Südwest Kette fährt Südwest 1 Hit sehr schön Wir sind weiter gesprungen Vorsicht Ab einen Ab 2 Ab 2 AH FUCK Ab 2 geholt Ab 2 geholt Ab vorne im Container sind 2 drin 9 cm 2 W fraction W Wow, fuck. Haben wir keinen Respawns mehr? Hier, hier, hier. Sieht euch in Richtung Richtung. Nein, das werden wir in Richtung Richtung. Roter, ich komm gleich. Passt schon, passt schon. Passt, 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 passt. Nein, nein, nein. Nicht aufgeben, gell, Jungs? Haben wir noch NAD-Schützer? Ich bin gerade dauernd, aber weltgleich viel überlebt. Ich bin gerade dauernd, aber weltgleich viel überlebt. Alles klar aussehen. Hast du noch Muni? Nein, nein, habe ich noch. Nein, nein, habe ich noch. Nein, nicht. Ja, habe ich mehr, aber ich werde nicht mehr. Für Rallye sind die Feinde zu nahm. Für Rallye sind die Feinde zu nahm. Aha, aber frag die mal, ob man kurz weggehen kann. Nicht aufgeben, ich versuche euch zu holen. Freundlich, freundlich. Ja, ok. Der Ton macht sich. Wenn ich jetzt Raketen werfe... Nein, nein, ich sehe keinen Namen. Und wenn... Jetzt ist Tiger, ja. Da ist einer, da ist einer bei mir. Feuer, 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 Feuer! Ah, jetzt habe ich jetzt langsam mal ein paar Bluten. Wünsche nicht, wenn ich nicht verstehe, ich bin da echt. Ziel einfach zum Eingang. Dass die Wichsen es nicht kriegen. Ja, ja, ja. Ok, ich bin Infanterie, kommt rein. Genau. Oben vom Berg, wo der Panzer runtergefahren ist. Da liegt genau. Äh, 160, glaube ich. Ja, ja. Hat mir unterfressen. Ja, dann nehme ich mal die Beine. Ja, danke. Ja. Also alle Truppen, wir verteidigen Factory. Das muss neu spawnen, zurück an Factory. Factory. Rumspawn an der VB, das ist kürzer. Äh, und äh, am besten wär... Am besten wär... Ja, was interessiert mich da? Ja, was interessiert mich der Enemy Lodgy? Halt die Frette, ich rede mit meinem Quatt, du Opfer! Ist so. Äh, wie seid denn ihr da hochgekommen? Also wer Mesh, bitte... Bitte noch einen Pantherabwehr nehmen. Wir brauchen zwei Stück. Rotech, ich versuch dich zu holen. Ich abgeben. Ja, oder der Sniper, je nachdem. Ja, der Sniper? Rotech, ich kann dich nicht holen. Es tut mir leid. Ja, wenn du MG möchtest, dann können wir auch tauschen. Dann nehme ich die AT und dann kannst du das Light-MG nehmen. Müsse ich leider. Ja, dann, dann... Ich muss... Gute Arbeit bis jetzt. Wow. Soll ich unser 50er Auto sonst mal mitbringen? Ja, gute Idee. So ein Scheiß. Nee, bring mit, das ist gute Idee. Wir in den Verteidigform ein bisschen zu euch rein. Jetzt, Vorsicht. Ja. Da! Verdammter Arschloch! Schaffst du's zu machen? Nee, du bist da. Okay, okay. Ah! Ich auch. Sorry. Da waren zwei auf einem Haufen. Ja, kein Problem. Kein Problem. Kein Problem. Nur so schnell ich spawnen kann und noch ein Rallye setzen kann. Alles gut. Braucht euch nicht entschuldigen. Das sind alles nur Gamer. Noobs, Nerds. Fette Schweine. Ja. Alles auf einmal. Alles auf einmal. Ja. Ein Scheißhause. Der hat wieder einen Händlerpanzer. Der hat wieder einen Händlerpanzer. Ja, gut. Na, ich glaube ich nehme auch Medic. Das war jetzt der einzige Medic, oder was? Ja. Das habe ich gut erlebt. Sehr schön. Jetzt zeig ich mir dem je nicht mehr. Das ist schnell. Ja, ich sage ja, wir können gleich tauschen, wenn wir hier Dings haben. Ist schon passiert. Ist schon passiert. Irgendjemand hat das jetzt genommen. Ich habe zwei gemacht. Nee. Wir haben nur eine Rackete. Gerade waren zwei. Gut aber. Drühlein Habib, wenn du mich hörst, ich muss zum Trinken wegwärts. Bitte lange. Gibt's nie, ja? Bis zum letzten Geokendenbefehl. Cappen die denn gerade Fakry wieder, oder? Mhm. Zwei konnte ich holen, aber dann hat mich leider die Kette wieder gut. Das ist keine Ausrede. Ja, so, Mann. Kriegsgericht. Alles gut. Hast du auch einen Schatten in der Tasche, oder nicht? Kratzt das Auto an, guckt dir das Wetter an, der rostet von alleine weg. Naja, okay. Naja, okay. Das ist aber russischer Stahl. Das ist aber russischer Stahl. Ja, eben deswegen, ja. Das dauert eine weiter. Das dauert doch nicht. Das ist ein Gerücht. Fett, der fährt weiter. Okay, okay. Factory. Alles in Angriff. Alles zur Verteidigung Richtung... ...Vellino machen. Sie laufen nach Bellino, gehen ab. Sie fahren nach Bellino. Ja, klar. Seit Feierabend. Könnt ihr auch gerne wissen. Du kannst nach oben, ne? Geh mal. Wie meinst nach oben? Nach Bellino. Ja, ich war vielleicht noch zuerst gefahren. Den brauchst du ja nicht. Weil wir haben ja Factory. Ah, bei Factory steht einer da gerade auf mich. Achso. Ja, aber ansonsten ist scheißegal, weil... Ich bin down. Ah, fuck. Ja, ja. Seid ihr auf Bellino? Ne, oder? Bei der V-spawn und dann auf Bellino rauf. Ja, natürlich. What? Der hat auf mich geschaffen. 24. 25. Na ja, das hab ich hoch. Aber... So, also bis jetzt hier 5 Leute rausgenommen. Also ihr könnt da schön reinpreschen. Boah, was ist denn da los? Oder so. 3-3-3. Nice. Gutes Game. Nice. Also, ich bin zufrieden. Zigaretten. Bitte kaufe Zigaretten. Frischspakle, Frischspakle. Ja, also dafür, dass wir die hier weggerockt haben. Also ohne uns wäre das sowieso nicht möglich. Davon mal ab. Immer, immer. Zudem würde ich nochmal in den... What? Der war witzig. Ja, der war definitiv unterhaltsam. Ich würde lieber bei German Mic 1 reingehen. Dann ein bisschen professioneller letztes Mal. Wo ich rausgeflogen bin. Bei mir lieber. Wieso? Wir haben das auch gut gemacht da mit ihm. Was ist man da? Ich bin im Ruski. Angela auch. Dann ist Habib auch los. Dann gucken wir mal, wer hier gleich die Squads aufmacht. Bei den beiden... Ich... Kannst der Clan hier am Start oder was? Mhm. BAM Clan. Ich führte drei... Ich führte jetzt Stunden später. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Ich bin Ruski. Sehr gut. Wo gehen wir hin? Ja, wir müssen warten, dass Penny wieder aufmacht. Komm schon. Penny. Komm schon. Penny. Komm schon, Penny. Penny. Ich hab doch schon ein Holz-PC. Ne, da ist doch schon drauf. Hä? Clown, ey. Pennyweise. Leberwurst. Leberwurst only. Ne. Malzeit. Malzeit. Ja gut. Ja gut. Penny. Penny geht jetzt Richtung Bunker, bitte. Ich nehme an, wir sollen join. Wir sollen join? Also spawnen? Ja, ja. Alle rinnen hier. Alle in Logi. Nein. Stopp, 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 stopp. Danke. Okay, danke. Vielleicht mal festgefahren oder was? Ja. Nimm die ersten, den Flaggen, äh, bring mal zweit und haram. Ja, fahrrad. Ja, fahrrad. Ja, lieberwurst. Haram, Bruder. Haram. Leute, wo seid ihr auf dem Platz mit? Zu spät. Klassenfahren hat schon begonnen. Ja, alles grün. Soll ich gleich eben raus springen und ihr fahrt weiter? Soll ich gleich eben raus springen und ihr fahrt weiter? Kannst du gerne machen? Alles klar, alles klar. Äh, Mörder oder Anker, nehmt mal einer von euch noch den leichten Panzerabwehrschützer. Wow. Oh, ist der Stein noch nicht? Ja, wenn ich tot bin. Immer schön quält, Papa. Immer schön quält, Papa. Wo geht's dann hin? Äh, der Mount, aber irgendwie, äh, hat er jetzt doch ihn da ausgelassen. Naja. Naja. Ne, selber nicht, dass ich dann die Hand nimmst, dann, naja. Ist alles cool gemacht. Ja, bei denen noch frisch kacken, weil... Kacken, in den Lottchen. Reinstühlen? Den stuhle ich aber richtig in den Tag. Was sind denn eigentlich ZXD Leute? Was mit die? Wer ist denn das? Oder wer ist das? Das sind ZXD. Ja, wie heißen die? Ausgesprochen. Ich glaube, ich sehe nicht aus. Die Neue? Türkisch oder so. ZXD. Nee, wir waren davor schon da. ZXD. Boah, schon nicht mehr hier auf dem Server. Aber als ich das letzte Mal hier auf dem Server waren die noch nicht so präsent. Ja, die sind aber ziemlich gut. Also, die spielen ziemlich gut. Ich bin doch Clan-Baus, Russo und so. Ja. Aua, vor dem muss ich noch Angst haben. Gibt's ja immer einen Schuss und weg sind sie. Nee, hehehehe. 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 Da kommt euch jetzt ein Transporter entgegen. Sammelt euch auf. Jo, alles klar. Lass mal hier fertig claimen. Es war total dämlich, dass die einzigen beiden Medics jetzt hier sind. Aber gut. Wieso? Ja. Könnt ihr euch gegenseitig aufheben? Ja. Ah. Na, Squadly ist ja noch bei uns, oder? Eben. Ja. Ah, ok. Und du weißt ja, ne? Immer beim Squadly bleiben. Ah, die adden mich dann nochmals Freunde, ne? Mhm. Dann hast du wenigst mal welche. Jaaaa! Ja, das wollte gerade... Ich wollte gerade fragen, du und Freunde, gibt's das? Hehehehe. Hallo, komm rein. Ich überleg jetzt gerade mal, ob wir jetzt auf Akin gehen oder... Scheiß die Natur! Ahhhh, unglaublich. Mähmähmäh. Mähmähmäh, den geben wir auf den Wasch! Selbst auf Windows sind es schon noch nie gehört. Ich glaube, wir ballern, dass wir zu Shipping jetzt vielleicht durch. Die habe ich schon im Pop jetzt. Es ruht irgendwie gerade... Die sind schon die Bete gerade aus. Es hat mich nur gefragt, ob wir drauf fahren sollen oder... Kann ich mir reinhälen? Hehehehe. 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 Ich glaube, ich habe gesehen. Kleinliche Fahrzeuge bei Industriere Fahrzeuge. Und wenn wir gleich auf Bunker vorrücken, was hältst du denn davon? Kleinmal stürmen. Die Wegfahrt. Ja, das bringt denen ja nichts, wenn sie jetzt hinter uns versuchen reinzunehmen. Das geht ja gar nicht. Gott, dumm Schwester. Lass uns mal die Ignoräle machen, die haben davon eine Ahnung. Das geht halt nicht. Fahrzeug mal hierher, uns abholen. Wir stürmen Bunker von... ...wässlicher... ...richtung des... ...Typ. Ja. Arscheländiger. Hehehehe. 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 Scherzleibier. Er will nicht schief. Hehehehe. Schau mal ein Bier. Sind ja eh noch ein bisschen unterwegs. Das ist eine gute Entscheidung. Das ist eine gute Entscheidung. Bring ihn zum Bett. Ja. Ich guck mal, ob er eins übrig ist für dich. So, ich hole noch was zu trinken. Ich nehme Lechter. Und dann... ...fahren wir... ... ... ... ... ... ... Wow! Okay, wir fahren einfach nirgends vorhin. Wir bleiben erstmal hier. Ja, gut. Funk her. Ich bleib mal liegen. Ja, musst du melden. Zu Squad 4 und andere. Die gehen Richtung Joachim, glaube ich. Gibt es durch, ja, Renz. Zwiefer durchgeboren. Ich glaube, wir haben es gesehen, oder? Ich glaube, wir haben es gesehen, oder? Oben, Schipping, Yard, Spawn oder Akin? Wir werden jetzt, äh, Yard, Spawn. Fuck, ist das jetzt so? So, wir sind abgeknallt worden. Nein, nein, nimm's vor. Ich glaube, da kann sich keiner rausnehmen. Wir sind gerade alle verreckt. Ake, ist der noch A, oder? Ja, ja, einer schon. Ja, ja, einer schon. Unwreckt. Wir müssen... Wir müssen... Wir müssen... Wir sind tot, wenn wir tot sind. Das sind drei Fahrzeuge. Das sind drei Fahrzeuge. Stellt euch tot, stellt euch tot. Wenn sie mehr kommen, zufassen. Einfach schießen. Warum bin ich tot? Äh, wo gehen wir raus? Bei Shippingert. So, jetzt hier. Oben rein, Yard. Und... Den gehen wir hier einfach mal vor. Wir schmeißen Rallye und rein. Ja. Was ist denn da los? Wunderbar. Sag mal bitte bei mir im Stream. Sieht bei mir irgendwie alle grün. Bei dir sieht das sehr komisch aus. Das sieht aus wie diese Spielzeugsoldaten. Ja, er wollte dich auch gerade sagen. Ja, ist klar. Das hast du dir abgeguckt von mir. Das wolltest du gar nicht sagen. Ja, jetzt... Jetzt... Jetzt werden sie wieder normal. Langsam. Langsam kriegen sie Fahrrad bei. Nein, nein, nein. Ich komm jetzt, äh... Es ist ein bisschen gelaufen. Dauert ein bisschen. Wir haben es ja schon, ey. Es ist doch langweil. Ich hab gesagt Bunker. Du klubst mir ja nicht. Ja, wie? Wie? Zu Fuß? Denkst du ich lauf da? Fettes Schwein. Das geht ja immer gut. Jetzt gehen wir Richtung Bunker oder was? Das ist ja nichts, ne? Alles klar, bleib mal hier. Die tot sind, äh, wartet man noch, bis Squid2 da das erledigt hat. Und spawnt dann da rein. Aber da ja keiner tot ist, äh... Ja, gut. Schmeckt halt, du Junge. Ja. Komm, dann lass uns Richtung Bunker laufen. Jungen, geh mal. Du solltest vielleicht da weggehen. Und ich dachte, der Klassenfahrt ist doch alles. Äh, Scoot, mit wohin? Los, Fuß, Fuß. Richtung... Südwest. Bunker. Durch ein. Dann kennt ihr uns so'n Leute an ihnen, ähm. Sauern. Hier beißt man inner hier. Halt rein. Der nächste Mal der Spiel jetzt neu starten, ne? Ja... Würde ich nicht machen. Doch, dann kommst du nicht mehr raus. Da ist eine Steinmauer. Da kennt er da, ja, oder ein Loch im Zaun. Du weißt wie lange das dauert, wie ich mehr da im Bunkern Angel, kann ich irgendwie auf Follow stellen? Nein So wie bei WoW? Ich war gerade dran, wir sind nicht bei WoW Verdammt Oh, jetzt heulen sie rum, wir sollen zurück Ey, meine Fresse So Bunker Seat Die holen wir jetzt alle, die uns entgegen kommen Fertig aus Ach, dann verbaue ich alle Baupunkte los Da, wohin laufen wir? Hi Hi Was soll mit Sambleiben oder was? Ja, wir haben die Verteidigen Man, oh, sag das doch Wir haben keinen Bock auf Verteidigen Ja Ja, deswegen also Walking Simulator Ja Ja, ist doch schön, ne? Hörst du die Enten schnarren und so? Herrlich Dieses, ja Voll idyllisch Idyllisch? Ja Ja Ja, guck mal da vorne ist ein vierblätteriges Kleeblatt Ja 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 Wie bitte, wie bitte, wie bitte? Wie bitte, Liebes Ich habe jetzt übrigens bei Echo ne ähm Amelischer OSL will begeek Oder was? Ähm, bei äh, äh, Echo habe ich ne Ölförderstation aufgebaut Okay Warte, da muss man auch noch schauen, gell, wie lange das das noch geht Aufhörbar Und Barrel und sowas, äh, hingeklatscht Jetzt, äh, brauchen wir aber Äh, was bei der Elektronik und ich glaube, dass, ähm Dafür brauche ich irgendwas von euch wieder Muss man morgen mal eben gucken oder so Hm, naja, ich bin, wie gesagt, äh Halber Schmied Und hoffentlich Stein Aber ich habe jetzt auch wieder genug Punkte Also ich könnte Noch eine Sache wieder lernen Ja, dann können wir mal zusammen gucken, was ich da noch brauche Ja, und ich muss dann scha- Ach, das ist unser Ich muss dann schauen, dass ich die Dings auch äh, 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 Höhe Verlänger Aber Dann müsst ihr jetzt bald mal abnehmen Thanks Wo ist, wo seid ihr? Ah, ich fände da unten, ne? Ja Ah, so ein Taxi ist was Schönes Ja, genau, wenn ihr euch hier Hören die, wir kommen hier Quatschen mögende Pommes an, Sorge Ja, ja Ja, uns hat gerade so ein anderes Squad hier aufgelesen Und die bringen uns zu Bunker Also Wir gehen mal gucken Okay Ja, ihr habt Glück Fahrt mit Ihr habt einen Freifahrtschein Da ist Es kommt ein Ovalangel so ein hübsches Gesicht her Es kommt ein Ovalangel so ein niedliches Gesicht her das ist raus bleib stehen jetzt man immer stirbt fast bei dem versuch jemand anderen zwei kann man denn hier irgendwie irgendwas hinbauen irgendwie eine muni kiste dass man hier mit ein paar raketen durch die gegend schießen kann nicht erst wenn du links oben die baukunde siehst immer richtig und dann sagt man kann ich dir da was hinbauen ich glaube dass ihr macht seid ihr gleich bei einer runde dabei oder oder wir bauen die straße hierzu ich hoffe dass die beiden noch mal also ab hier zu bauen aber wir können auch die straße ja dann würde ich mich jetzt erlösen lordschie mit deinem wohnen soll ich dich erlösen ja auf der karte markiert man nicht ich habe mir das auf maus gelegt damit ich das immer auf schnell aufnehmen kann aber hören tue ich jetzt ich bin ja gar kein art ich bin sonst immer art magst du den lotti einmal freischalten rechts von uns da kommt hinter uns raus die nondere t san hand also f her hier sie bl kat Anger, Anger. You go. Alone. Check this. Check this side. You are alone. Check this side. Was ist mit da jetzt in Ordnung oder was? Nordosten. Ja, LKW. Ich hab gesagt, da soll ich mal checken. Lass mal das lieber mit Dings hier mitbauen. Oh, ne 30er. Ja, wir können hier abschaufeln, wenn er nen LKW bringt und können hier hinne neu auf. Unser Thorout aufbauen. Alle rein, alle rein. In die Zone hier. Los, Verteidigung. West, Nord, West, Konten, Techie rein. Irgendwas. Okay, Vorsicht. Oben, rechts sind die schon, Angel. Habt ihr irgendwas gehört oder hast du irgendwas von den anderen Squats gehört, ob die Straße jetzt bis nach oben, bis zum Schöppingjagd frei ist? Oder muss ich da gleich einen 30er wegschupfen von der Straße? Das 30er ist für bei uns in Nordrhein-Westfalen. Das 30er sehen wir bei uns in Nordrhein-Westfalen. Das 30er sehen wir bei uns in Nordrhein-Westfalen. Ich mein nicht unseren Leiden. Das 30er besitzen wir. Ne, da ist logischer Freischauß bei uns, äh bei den unten. Punkt. Ja, muss draußen bergen, glaub ich. Ja, ja. Hinter die Türme muss irgendwas sein. Junge, hab ich den Spick gesehen. Aufschicken. Ich geh auf die Silo dann. Oh mein Gott, der Scheiß. Ich, äh, belebe hier auch ein paar Leute wieder. Ich, äh, belebe hier auch ein paar Leute wieder. Lurgy Truck. Und dann, äh, Fops, glaub ich. Grenade. Sturm, 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 Sturm. Gorni, hast auffallen, Leute. Grenade. Ackes Wacke gesetzt. Auf geh's, marsch, marsch. Tschüss. Ah, noch zwei Teile. Wir kämpfen auch noch mal. Los, 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 los. Der ist ungefähr westlich, 270. Ich hab' ne gesehen, sobald ich noch mal sehen im Scheuer. Fuck. Ich bin dauernd in die Vorsicht. Ah, dammit. Mann. Links von mir. Haben wir keinen ATL Schutzer jetzt bei uns? Sorry, musst du schießen? Ja, alles gut, alles gut. Ist doch richtig. Wo seid ihr, Jungs? Move, move, move. Move, move, move. Wow. Getting cover. 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 North. Nein, wir sind wieder. Wunsch. Neue sind wir? Ja, holen wir zurück, eigentlich. Ne, ich bin dann nicht. Was? Der Tiger. Ich bin ungespawnt. Er ist aus dem Logi rausgegangen. Er ist draußen, er ist ausgestiegen vom Logi. Dann halte sich hinter einer. Wir haben den Bunker jetzt neutralisiert. Fährt er weiter. Nein, er ist tot, habe ich schon. Nice. Bin er irgendwo hinter uns? Den Logi fahr mal zur FOP rein. Da wo das Sub ist und so, Entdeckung. Terrence, meine Position. 50 Meter vor mir, Infanterie. Wo bist du? Ich lieg zu deiner Linken. Ja, ich habe noch eine. Nach Wessen. Das sind 50 Meter Seiten. Morgen, wir atmen mal nicht so ins Niko. Ja, ich bin dauernd unterwegs. Ich habe noch ausgeladen. Ich habe noch ausgeladen. Aber die haben noch nicht gebaut da, oder? Er bewegt sich, er muss anstehen. Stehen, Techie. Schöne Auto. Mit großem Deschenek. 14,5 Millimeter. 14,7. Morgen. Was, bei dir, oder? An der Tankstelle, jawoll. Oh, du bist tot. Oh, ist jetzt, äh... Ja, ich tot, aber ich habe noch ausgeladen. Ich habe noch ausgeladen, Leute. Ich habe noch ausgeladen. Ich habe mich gem carne gendergefunden. Ah, ich habe mich geschlagen. Daher bin ich anstehen. Ja, ich habe mich vermutet. Ja, ich habe mich ausgeladen. F-2, 6-7 Und Westen kommt noch ein Fahrzeug, Schüsse auf mich 3,3,5, Feinde Wir haben versucht in die Cap wieder rein zu gehen und Richtung Nordwest und Richtung Südwest auszurichten So, Bonk haben wir jetzt Ah, sehr gut Jaren, pass auf, bei dir ist einer Ah, fuck Ich bin gerade beim Nachladen gewesen Okay, man merkt das echt, wenn so ein ganzer Clan dabei ist Werde, ich hab Der kommt, ich spielte, ey Gut, äh, dann würde ich sagen Ein bisschen Bocken gehen Ja Also ich weiß Nee, ich glaub, wir verteidigen lieber Sniper ist rein, Kontakt? Jawohl, direkt vor mir In eure Richtung Weckst du hier ein bisschen, dann geh ich mal in den Norden gucken Weil von da könnten die ja jetzt runterkommen Eure Straße Der Effekt zwischen uns Boah, wenn ich jetzt einen Sniper hätte Hier hat ein mega offenes Feld Rambi Rambi Wer kann der ja sein? Ah, zwei hinter mir Ja, hinter mir an der Tanke wieder einer Diese dreckigen Pisscamper, ey Die rennen jetzt alle Richtung Gessner Ja Ja, jetzt kommt CODs da Jetzt schiesse ich mir der RPG auf die Das ist mir egal Dann zerplatzen die Waren die genau der Tanke drin? Jawohl Kann ich euch die Logi mit der Ankarnate platt machen, ne? Nee, nee Nee Alter, die Grafik macht mir jetzt unfertig, ne? Ja, die Grafik macht mir jetzt unfertig, ne? Ja, es gibt noch Kontakt, äh, nord-westlich Noder Noder, stoß mal zu dir vor, ich hab ne Rakete Einen hab ich an der Tanke Bräuchte auch einen Medic hier Äh, bist du nur bei Logi Ich bin noch bei Logi Ja Ich bin noch bei Logi Ja, ja, hast du zwei Feinde Gehen direkt, äh, drei Gehen bei Logi Zu dir gehen jetzt Ja, ich sehe sie Ja, bestlich von dir Ja, bestlich von dir Wer braucht einen Medic? Ich sehe ihn Fahrt euch direkt vor mir Zwei Down, drei Down An der Tank Einer lebt noch, zwei sind Down Jetzt nicht mehr Äh, noch eine lebt Aufpassung, eine hinter dir Kemal, kannst du mich retten? Hast du gehört, Kemal? Dann versuch's Jo Pass auf, der lebt noch einmal Hab's gesehen Warte, warte, warte Äh, einer ist hinter der Logi Wo steht denn der Logi? Genau bei mir auf Position Bei mir Wo ich, äh, wo ich gestorben bin So rechts davon, von mir Äh, Sunny, Sunny Ich hab' den am Pfad Ich hab' den am Pfad, glaub' ich Äh Irgendwie werden wir auch gleich abgerückt Richtung Bunker dann Äh, das war Barney, ne? Urlaub Aber ich will nicht, dass die den Logi da kriegen Dann will ich ja mit einer Rakete im Arsch holen Und dann muss mich der Sunny dann erstmal überholen Ja, sag mir mal, sag mir mal genau, wo der ist Guckst du Kotte genau bei Mörder Position Mörder Nee, da hab' ich einen Genau bei Mörder Nee, da Logi Ja, genau, im Logi Da war gerade eine Infanterie und dahinter am Stein Ah, ganz dahinter Ja, dann lauf' ich da jetzt mal kurz hin Na, nicht, Logi, sagst du Und da ist die da Weil die kann nicht ein neues Pomp Also da, wo der Medik gerade ist Dann müssen die da Wenn da keiner mischt, dann sind die alle down Ja, ne, da ist Die sind alle down Nö, da ist Ich bin ja nicht ohne Grund Raketenmann, der alles kann Hast du dich hier gerade bei mir bewegt, Endlich? Ja, ja, ja Ich höre ein Fahrzeug Hinter dir Wie bitte, liebe Wie bitte, liebe Wir werden's nie erfahren Also die machen wir könnten jetzt abrücken hier eigentlich, wenn wir Fahrzeug hätten und blau blau Richtung Bunker Bleib bitte mal ganz kurz stehen, dass ich mich schon besser heilen kann Ich bin ja die Scheiße machen Wecker Ja, fertig Klar Ja, wir machen Nur weil mir alle Obos dem Nörner am Scheiß an sind Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Das stimmt bei der arbeit ja ja kein stress ja wir haben kein fahrzeug ich lufe hier nicht, das kannst du vergessen sorry, jetzt war ich zu langsam jetzt bist du verblutet ja ja, beide arbeit ja sehr schön und welches wort hast du da gerissen hier? naja, ohne Worte die haben sogar zwei Scots du meinst Scots 11 zu 16 ja, Scots 4 ist ja ha 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 ey, 10 zu 18 Kuba, was geht? ja, Kuba mülter aus Kuba live was geht, boi alles gleich bei dir ja ja Monokale ist gut wie läuft's? ja 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 wald dann und probat malzeit bis denn jetzt gehen die ganzen zxd raus ich hab ein bisschen angst das andere team aber das liegt bestimmt an der märz wollen wir zu den anbietern zu wechseln können wir nicht wir sind 36 die 20 die ist die hast du das ist die göttin was war zwei gesichtige es ist ja so empfehlen wert empfehlenswert sind die anderen noch da oder wir gehen hier bei einfach mit rein ich warte noch ich gebe ein oder kartoffel das ist der kartoffel mit den haben wir jetzt gesperrt ah warte mal ich schreibe dir mal jetzt knappen Schwerer Panzerabwehr wäre noch vorhanden. BOMMEN FOP in... Sorry, machen wir das ja. Können wir es schützen. BOMMEN FOP in... Das ist das Gute. What? So... Ihr könnt alle... Ja, wir nehmen jetzt noch eins. Nehmt euch noch ein kleines Statue mit dem Move Mark. Das ist schon wieder halb zwölf, ne? Irgendwie kann ich nicht in die Cover rein. Ja, der ist faul und stark in Techie. Ja, der Kleine ist faul. Dann laufe ich wohl. Dann laufe ich wohl. Ne, logisch dir noch ein Fahrzeug, weil... Du einfach eins aneffen. An Techie am besten. Nehmt einfach eins aus. Es ist nicht frei, warte. Ja, warte, ich renne gerade hin. Ah, der ist jetzt auch weg. Hier ist noch ein Jeep, soll ich den nehmen? Nimm ihn ruhig, nimm ihn. Freigegeben. Danke. Danke. Kann doch niemanden zurücklassen, Mensch. Ja, ja, ja. Sorry, sorry. Ich hab dein gutes Herz vergessen. Oh, was? Das schaut so aus wie Portification gecappt von jemandem. Hoffentlich. Push schonmal Hand Query rein. Nicht, dass du uns da überraschst. Mann, ich kann wieder kein Sunny sein, ne? Ich höre. Das ist ja der letzte fucke Sunny sein! Bist du dich für das? Ja, noch! Na, 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 na. Ich höre! A週, war die alte Art. Ich wollte uns auch nicht sehen. Warte mal Deine Frage. Hör mich! Oher die Frage! Hätte ich schneller versäulen, oder warum? Ich geh mal hoch, ne? So, soll der Teki gleich weiterfahren auf die nächste Frage, oder was machen wir? Äh, ich würd hier gern noch nen Hub bauen kurz, und dann geht's weiter. Ja, wie baut man hier am besten? Ich bin hier nicht so offen. Ich glaub oben, oder? Ja, andere Light, andere. Hier hoch. Ich bin sonst immer auf Crucible Zones. Ja, Vollgas, wir gehen müssen uns immer. Und die Mrs. rennt schon, und macht sich zur Hälfte kaputt. Lass mich staufe ich gleich. Hä, 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 Hä. Hä, Hä, Hä ... Mr. Kartoffel redet die Wallagi, und Mrs. spurtet los, hüpft über die Leiter, und frisst sich den Fuß. leute halten mal ausschau richtung südost wir bauen noch mehr Pops, wir bauen noch eine im nord-östlich von Cruisable wir wollen überall Pops hin Fahrzeug, ich bin Medic und kein Pionier Danke fürs Geraden, wir gehen weiter Cruisable kurz mal mit den anderen labern Na, es kostet mich nicht alles deutsches oh yeah wenn man die Techies solange wir keine Defense haben, gehen wir mit hoch ich bin nur so vor mich hingerollt, dachte du steckst ein ja passt auf, da schießt ein Striker auf Cruisable vielleicht können wir den zerstören, das wäre super nice irgendwas gibt es hier oben das ist das Ziel, wie sie mit einem Ende oder wie man das ausspricht da ist er auch bei uns wieder oh ne, hat mich verpasst da ist ein anderes Quad da ist ein anderes Quad Alter, wie wärst du hier? ja, ich war so, dass der Schütze etwas sehen kann ich meine, soll ich rüberfahren? soll ich rüberfahren oder soll ich so stehen bleiben und wir Schützen da lassen? so, alle, die nicht effizient sind, gehen mit ihm runter so, alle, die nicht effizient sind, gehen mit ihm runter so, wir haben Cruisable eigentlich holy shit, Leute wir sollen wir direkt nach Warnhaus fahren Drinken wir fahren auf Dingens weiter auf Warnhaus keiner will fahren mal aber, ist das nicht Hier ist eins für uns. Also zurück in die Straße, oben rum nach Warenhaus. Warenhaus. Ja. Warenhaus. 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 Was ist das die Minion noch? Warenhaus. Wer hat's da gedroint? Keine Ahnung. Waren fahrt ihr denn? Wir müssen jetzt nach rechts fahren und dann in den Berg rum. Er will über die feindliche Main-Bis fahren. Nein, auf links. Links? Okay. Er hat den Marker gesetzt. Ich hab auf dem Move-Marker, Leute. Da wurde er auf dem Move-Marker. Es darf ich nicht fahren. Die Straße. Hi, Selko. Links. Links. Vielleicht wieder Stunden später, ne? Ich will nicht bei allen komplett durchfahren. Ich bin jetzt drei Stunden online und du kommst erst jetzt. Schäm dich. Wirklich. Ab in die Ecke mit dir. Und schäm dich. Ah, ich liebe diese Tape. Das ist so awesome. Ne, die Entschuldigung gilt jetzt nicht. Ich versuche um jetzt in den Move-Marker zu kommen. Ich hab ihn neu platziert bei Warenhaus. Warenhaus. Ähm. Wenn wir jetzt Warenhaus holen, das wäre sehr nice, ne? Oh, ich seh nichts mehr, Leute. Ich hab mich genau in die Felder reingefahren. Stopp. Alter, warum fährt der zu... Warum setzt der zurück? Alter! What the fuck? Ja. Der Brenn, der ist fast dauernd. Spawner an der 8.9. Ja. Ne, ich bin da. Ich lebe noch. Ich kann euch alle aufheben. Glaubst du Medic? Glaubst du Medic? Glaubst du? Ich glaube, er kann den Werk nicht machen. Ich hol's erst den Squad Lead, dann hol ich den Rest. Ich hol's erst Squad Lead, dann Medic. Da ist Infanterie ausgestiegen. Ist der Striker geplatzt? Man, no. Nein, der ist nicht geplatzt. Der hat sich zurückgezogen. Bis zur Gesicht. Bis zur Gesicht. Thanks. Klaas. Hm, wenn ich jetzt die Geleitchef bin, dann schau. Oh. Dann liegen sich so viele auf eurem Haus. Wieder der Fallchef. Verdammt, das ist jetzt schon der zweite. Hier, ich bin der Squad. Nimm mich. Oh, ich hab den richtigen erwischt. Hier oben der Hügel ist clear. Ich hab da meinen flotten Dreier hingelegt. Zwei Feinde ausgeschalten. Wo ist denn der zweite Medic? Misses? Misses, wo bist du? Wie ist denn ein Gottschi gerade geworden? Ich hab Gottschi gewählt. Ich bin, ich bin da gar nicht wo ihr seid. Ich find das grad... Komm, wir laufen schon mal Richtung Warehouse alle zusammen. Was war Leute? Äh, ich hab noch Leute. Auf der Linken noch zwei. Achso. Okay. Warten wir noch kurz. Wir haben doch zwei Anti-Tanks. Und... Ihr seid alle nur zur Hälfte geheilt, gell? Wann habt ihr noch Arbeit vor dir? Fantasiert mal den Letzten. Da hießt noch Blöcken, irgendwie. Ich hab nur noch eine Vantage. Ich hab nur noch eine Vantage. Danke, danke. 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 Ich bin dabei. Bevor der ausflutet. So. Dann hätte ich gleich mal acht Leute wieder geholt. Dankeschön. Okay. Sechs Leute, wir wollen nicht übertragen. Dann hat er der Richtige überlebt, ne? Ja. Dann werde ich noch nicht verstanden. Der Richtige rechtzeitig abgesprungen, meinst du? Der Erste, der auf die Hose verlebt hat, hm? Ich werde das Laufheilen. So, richtigen Wärhaus, sagt der, gell? Mhm. Er ist ziemlich faggig während dem Lauf und Hallen. Es geht so an und da zumal. Der muss so knapp an den dran kleben. Ich habe es gerade ausprobiert. Früher ging es ganz gut. Da war die Range ein bisschen größer. Feinfahrzeug auf Charly, Charly 6, äh, Subkey, 8. Ja, okay. Der fährt die Straße hoch. Klingt nach Lodschi, ja. Irgendwas fährt hier lang. Klingt aber nach Lodschi. Ist kein Techie oder irgendwas anderes. Soweit ich sehen, kann ich es für uns alles klären? Ja, ja. Schnellen Wärhaus, Leute. Amrack nähert sich. Aus Osten. Wärhaus. Wir steigen beim Movemark in das Gebäude ein. Ich glaube, die Türen irgendwo in der Nähe sind. Ich weiß nicht, ob das klappt. Wir sind die weg. Hei ho, hei ho. Wir sind alle froh. Na, Scotty, soll ich ein bisschen außerhalb liegen bleiben und euch Deckung geben? Na, warum. Komm rein. Ok. Ist es so hin? Ja. Das ist ein Lodgy. Lodgy fährt wieder weg. Ich warte drauf. Ich warte drauf, dass ihr eigentlich nach Warehouse von dir fahren wolltet, aber... Ja, ich hab's kein Bock hinzulatschen, nur um nur wieder zurückzulatschen. Wir werden bescheuert. Ne, ich hab da einen erwischt von dir. Du hast einen gekillt, ok? Ja. Sobald Feuerbefehl oder ich mit Granaden reinschießen, hab hier eine Menge Feinde vor mir. Brauchte ich für Servos und so weiter. Wie gesagt, bei mir ist die Linie ja noch zu der Seite. Bei dir? Ja, die hast du noch nicht abgeholt. Ich schieß ja erst einmal zu lange, keiner von uns schießt, das wusste ich auch nicht. Das bringt man auch zur Fabrik, ne? Lodgy fährt wieder raus. Ok. Kann sein, dass ich in der Deck verbauen werde. Kann aber trotzdem noch mal ein bisschen was machen. Achtung vor uns, vor uns, vor uns. Und? Auf 162. Im Holzwunker sind aber hier. Wir dürfen das Feuer kommen, hau rein. Auf vorbedenken. Auf 165 ist auch einer. Ich hab zwei auf dem Dach erwischt. Im Holzwunker glaube ich einer, wenn ich mich nicht täusche. Ja, ich glaube bei mir liegt auch eine Achtung. Ja. Oh fuck, die haben da einen geschützt. Am Schwer, ja. Am Schwer zu Feinde. Holzbunker ist unten. Nice. Ja. Kämpft euch langsam ran. Müsst ihr nicht unbedingt so reinnehmen wie ich. Ah fuck. Ich bin drin. Zwei. Bin down. Zwei und ab. Zwei und ab. Medic kommt nach. Ich geb mal auf, ich spawn neu. Ich geh weg schneller. Jo. Ist ich gescheiter. Alle down sind, können eigentlich aufgeben. Weil bis ich geform bin bei euch, seid ihr schneller gespawnt. Nur vergiss gar nur ein Rallye zu setzen. Wollte grad sagen, warte mal kurz auf mich. Ich mach ein bisschen mehr drauf. Ja, neue Rallye ist passiert. Ja, neue Rallye ist passiert. Oh, jetzt fahren sie hier wie die fliegen. Na klar, weil sie merken wir greifen an. Ich hab so Panik, dass ich es vermied glaube ich. Ja. Ja, das... Da bin ich nicht mehr. Aber jetzt haben wir das Crucible Alpha. Nee. Geh mal. Schlimmsten Fall, warum ich wirklich einen Angriff habe. Mein Game ist gecrashed, gott er. Ja, was? Mhm. Wo ist es nochmal rein? Also wir verbieten es noch zwei, drei mal von Rallye aus. Wenn das so genommen war ich eine Attack Pop. Dann sind wir von da immer los. Okay, schade. Ja, die Däck auf jeden Fall, wir greifen jetzt aus Südostland. Keine Ahnung, vor allem hat er mich abgelenkt, dann bin ich gestorben, anscheinend waren er auf und geht. Ich hab ihn doch. Pass auf dem Dach, auf dem Dach ist einer. Irgendwo bei den Geleisen hier liegt einer. Bei den Schienen? Ja, genau. Wir haben gedacht, ich bin von drinnen heraus erschossen, aber... Ich dachte auch. Voll klaus eigentlich, aber waren ja die, dann kann ich mal gucken. Ah, Baf! Sorry. Sorry, 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 sorry. Team wird erschossen, ne? Ich glaub, wir waren jetzt gleich gekept. Ich war mega offensichtlich. Ja. Okay, ich wollte noch fragen, spielen wir danach PUBG, aber okay, nein. Nein, geh mal, du spielst nicht mit. Zwei Leute kommen ready, wenn ihr sponsoriert. So, was brauch ich denn hier? Ich brauche... Stahl. Ich brauche Gearbox. Ah, mit zwei mehr Dixie muss ich selber machen. Ja, wir bauen dann hier gleich noch einen Relay, drei Spons noch. Ja, ich mach hier gleich einen, wenn ihr hier seid. Ja, wir haben jetzt nur noch einen Weg geholfen. Ja, ich habe jetzt noch einen Weg geholfen. Ja, wir haben jetzt noch einen Weg geholfen. So, wir haben jetzt noch einen Weg geholfen. Tja. Fuck! Fuck, fuck, fuck! Fieberglassen, Foxy. Fieberglassen, Foxy. Fieberglassen, Foxy. Fieberglassen, Foxy. Fieberglassen, Foxy. Fieberglassen, Foxy. hast ja und stil habe ich 400 euro 454 wenn du das irgendwie sperren dass ich bei denen einsteigen kann es werden noch 971 gebrannt was mein scheiß karren holzen stahlbolzen alles wir brauchen theoretisch irgendwann alles bau einfach alles 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 rebar what the fuck machen wir mal 100 stück mit uns kontakt bauen desktop machen wir auch 100 stück ah komm das kostet nur 20 das kostet die welt 999 das ist ganz schwer leute beim logi nach hinter der hitze wo er was einfach verlassen barney am hügel auch feindkontakt richtung süd ist einfach in den anderen walls gegangen südlich was auch du hast mich doch verlassen südlich d d d Wo ist ein anderer Penner hier, der uns beschossen hat? Haben wir alle gekillt? Hast du Gold, Barney? Ja. Okay, das brauche ich auch. Scheint fast so. Ja, wir wollen es jetzt hier lassen. Jetzt wissen sie halt, wo sie ist, oder? Das ist ja voll schwer. Ja. Hm. Ja, wir müssen sowieso auf Warehouse hin. Äh... Entweder wir laden denn das andere und schaufeln es wieder weg, oder? Wir tauschen. Boah, keine Ahnung, Leute. Hm. Wir setzen uns ja rum und kommen. Ich brauche heute noch mal zum Schaufeln hier. Und das Ra... Radio... Boah. Boah. Jetzt schocken wir das Radio mal weg und versetzen das ganze Radio und noch weiter nach, äh, nach Osten. Boah. 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 Oh, nein, du hast kein Trainer... ...und 490, glaube ich... ...für nach dem Video... Gibt es noch mal einen Ofen? Oder eine Werkbank, die ich benötige, um... ...sachen herzustellen? Wo ist denn wohl dein Stahl? Ah, der Kissen wahrscheinlich. Hier schon mal nicht. Du bist uns hinten beim Ofen. Ah, da sind zwei Kissen. Stahl ist auch ein bisschen schwerer, schon. Kommt alle mit. Ey, ihr müsst unbedingt zur Warehouse kommen. Naja, wir haben hier gerade Probleme. Setz uns jetzt hier hin. Zwei zu mir. Bin down. Auf meiner Position Sponsor. Krieg immer 13. Wo, werdest du gesagt? Der Onkel. Ja, die haben da den Bunker, das wissen wir schon. Ich will damit nur sagen, dass sie jetzt momentan Richtung West und Nord rausströmen. Ich habe sie nicht mehr im Griff gehabt, jetzt. Das heißt, die kommt kontrolliert jetzt Richtung Norden. So, wir pushen jetzt. Okay. Bist du auch mit? Ja. Wenn ihr aus der Hub rausgeht, geht bitte nach Ost raus. Und dann nach vorn. Dann sehen sie nicht vielleicht, wie wir herkommen. Oh, ich habe es halt Kisten. Kannst du mir Kisten herstellen? Ja, mit Leute. Mit mir, hinter mir her. Aber das kannst du, glaube ich, sogar selber. Das ist basic crafting. Lass dich doch nicht an den Steinen auf den Kampf holen. Ihr verliert. Das ist ja keine Scopes. Oder weniger. Sniper. Willst du den Tresor mitnehmen? Was will ich? Den Tresor mitnehmen? Äh, ja, kann ich auch gleich noch einfangen. Was brauchst du Kisten? Wie viele denn? Äh, 20. Achso, okay. Ja, du ziehst nicht durch alle Worte, du. Du hast 10, aber du hast kein Holz. Kannst du nur woher Holz reinpacken? Oder ist das hier Holz? Ja, das ist Holz. Ne, das sind Junos. Ja. Also die Feinde strömen jetzt schon Richtung Westen raus. Ja, kannst du drauf. Ja, die gehen Richtung Cruiserbe. Kampfmensch, ich weiß nicht, was du machst. Aber bei dir sind ein Haufen Feinde. Wie lange war ich nicht für ein paar gesicht? Warte, bist du auch down? Oh ja. Jo, ja. Hatt ich auch das Sniper weggeholt? Nein. Irgendwie was, was Wissentliches ist. Dann bei der Haufen wieder rein und los geht's. Okay, mal schleiß dich an. Alter, ich wollte den jetzt mit dem Scope ziehen. Das ist schon sehr scheiße mit dem Scope. Nehmen wir da lieber die M4, Alter. Hasse den scheiß Scope. Bist du mit deinen dicken Fingern da drauf gekommen? Alter, diese scheiß Scharfschütze, was geht? Das war eine dicken Fingern aus dem Spiel, okay? Weg holen. Das sag ich dir. Das kommt ja ausgerastet. Was irgendwo haben wir einen Sniper mag, Schwert mag. Ja. Keine Ahnung, was irgendwo ist. Keine Chance. Könnte das sein, dass wir die Pop bei Alpha oben verlieren? Ja, die manche ganze Zeit brauchen wieder, aber das ist oben zwei. Das ist auch Scroll. Also, bitte. Könnt ihr den Sniper noch bitte auswendig machen? Kampfen und Spatieren, dann muss das sein. Oh, okay. Das war jetzt mein Fehler. Das war jetzt mein Fehler, dass ich die Scheiß nicht bekomme. Können wir... Ja, ich weiß nicht, ich finde, wir verlieren da ganz schön viele Tickets am Warehouse. Macht es nicht Sinn, dass wir Mörser aufstellen und die erstmal mit Mörser auseinandernehmen? In deiner Nähe ist einer. In deiner Nähe ist einer. Mann, ich steppe die Scharfschützen, diese Scheiße hier. Ja, ich würde Mörser aufmachen, weil das hat keinen Sinn, wir verbraten hier einfach zu viele Tickets. Wo willst du denn hin, Mörser? Aufs Dach? Also, gut, der Großteil, ja, gut, der Großteil der Scharfschützen ist ja nicht im Gebäude, das heißt... Äh? Entschuldigung. Also, dann müssen wir Schluss nehmen, wie sie sich selbst ins Gebäude reinziehen und dann, dass wir uns als Squad nähern können. Also, wenn wir einfach abgeknallt. Okay, das ist cool, das ist gut von der Pop, die Krüste. Dann macht das einfach in der Kiste. Dann werden wir Alphanets verteidigen können, ohne Hub. An und es gibt dem Werkbank Zugriff darauf. Ja, wir haben eigentlich auch schon Kontakt, Achtung. Ansonsten, Kisten sind immer noch bei der Fabrik. Wir sind am Burka, ist einer. Und der farmt am Burka. Und er kämpft am Burka. Und wenn wir das jetzt verlieren, dann ziehen wir uns auf Schüssel zurück und treffen einfach von, dann wie auch Jeffits. jetzt kommt ein panzer zur unterstützung circuits, circuits, circuits nach der runde könnt ihr noch PUBG machen wenn ihr wisst und ich fahre dich auch nicht zusammen oder ich bringe dich auch nicht um oder so das ist aber lieb und kein ultimate wie oben was habe ich jetzt damit zu tun gespaß ja hätte der kollege mich nicht überfahren hätte auch Olaf mich nicht überfahren naja ich hab das Video gesehen das war du hast gesehen dass er versucht hat noch auszuweichen ich? ja kann man so sagen ja genau ich hab versucht auszuweichen ja 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 hier ja die gemeinwürzigen trompetenkäfer der panzer wenn man den ersten stock im großen fenster einballer ist immer viel betrüger sehr nice ja falls wer mörsum will bei der haupt steht es mörsum down so das haben wir schon mal ich muss das hat sich bitte bekämpfen ist das markiert am schwert mark das muss down gehen irgendwo in der nähe von wir haben feindlos an der haupt bitte verteidigen ich bin keiner mehr von euch echo hallo hallo ich bringe kein booster mit er ist doch zack unser radio verschwindet leute ist er gut gemacht das radio ist wieder safe aber jetzt wissen sie wo es ist also werden sie gleich kommen ich bin im warehouse drin ist mir wurscht ja wir gehen auch gehen wir auf warehouse scheiß drauf ich sag ja wenn wir das hier verlieren sollten ziehe ich mich auch auf crucible zurück das ist wieder ein wurscht ich habe keinen bock auf arbeiten morgen ich habe keinen bock auf arbeiten morgen ist wahrscheinlich ihr könnt auf warehouse pushen da sind sehr wenige da okay niemand ist gerade dabei lacht nicht lacht Die Frage ist, habe ich den geholt oder den davor, oder hat der andere geholt? Es sind noch welche im ersten Stock, Achtung. Unsere Hubs da oben. Ja, bleib vorne, bleib vorne im Warenhaus. Squad 2 kümmert sich um unsere Hubs. Ich gebe ihnen einen eindeutigen Headshot, der dreht sich um und gibt mir einen. Und ich bin da. Malzeit! 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 Das geht! Bittet, zu mir nach hinten zurück fallen lassen. Das wird sonst hier echt scheiße. Scheiß bei uns übrig. Einer zu mir. Zwei Leute hier mit und der ist pushbar davon. Was gehen bei den Medics mit? Bei Medics, komm mal kurz mit mir mit. Das Ziel ist Warenhausen. Doch, los. Das ist heute mein erster Tag. Danke, dass du es mir nochmal sagst. Ach, wir haben einen Squad. Ja. Ist doch wie Call of Duty, oder? Genau. Handgranate schmeißen und reingehen. Aber das muss auch geübt sein, das Handgranate werfen. Ach ge, Auge mal Pi. Ich hab da voll gegen jemanden vor mir geworfen, Mann. Doch, ich muss nicht sein. Ist der Spitz gezogen, ist Mr. Granate nicht mehr unser Freund. Ja, meiner freu mich. Vielen zwischen Zergefinger und Daumen. Ich hasse diesen Lodgy. Ja, ich kann mit den Dinger nicht umgehen, deswegen benutze ich sie eigentlich nie. Und warum fährst du sie dann? Hä, ich meine Granaten. Ach so. Ich hasse, ich kann den einfach nicht umgehen. Oh, ich hasse die Lodgy. Ich hab's gehört. Die sind hier nur mehr oben im ersten, oder? Ja, hab die komplett hochgedrängt, das ist gut. Versterben so irgendwann. Ich hab's gehört. So, ich hab's gehört, dass wir 5G haben. Olaf, Angel. Äh, Angel ist okay. Olaf, Bunny. Silva. Olaf, Bunny. Hab dir Bock auf... UPG. Dauert auch ein bisschen bei mir. Alles? Wir haben gerade noch ein Echo. Ja, ich geh mal schnell. Pissen und dann... bei mir weiter. Untertitelung des ZDF, 2020 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 mittwoch ist es immer wieder gekommen aber der müsste es normalerweise auch machen wenn ich offline bin oder das macht er gerade nicht im dings oder was im twitch chat ja ach so das weiß ich jetzt gar nicht hast du am letzten mal das gemacht ja ja am mittwoch hat das sicher gemacht während du gestreamt hast aber es kann auch sein es kann auch sein dass du dings eingestellt hat dass gewisse textzeilen geschrieben werden müssten damit er das macht so zum beispiel dass das fünf leute sein ist habe ich auch auf auf aus also der tut nur er tut halt immer schreiben sowas aber ich überlege hat als ich vorhin den stream anhatte hat er ist nämlich auch nicht geschickt ja da war ich nicht david um 2 da hast du immerhin geschaltet hast ja auch nicht gemacht ja ja ich glaube ich starte einfach mal den bot neu ja 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 also hela jährlich deput Passwort Allahu Akbar Das ist mein Passwort Ich weiß Das ist mein Passwort Ich weiß Von meinem Root-Server Allahu Akbar Ist ja nix nimm was Ne Ne Geh mal Ja, Bani Komm mal in Echo Warum? Ist das so? Willst du nicht noch irgendwas machen? Ne, ich hab alles nicht zum Schnellen richtig Was tolles erlernen? Warte, ich bin am Sammeln Auch das Sammeln Dann musst du aber trotzdem futtern Dass du bei deinem Gescheid Punkte bekommst Ja, kein Stress Das ist Pardon Wie ist das? Die Bound, Ré, Assign, Ré, 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 Ré. Bound, Ré, Ré. Bound, Ré. Bound, Ré, Ré, Ré. Bound, Ré, Ré. Bound, Ré, Ré, Ré. Bound, Ré, Ré. Bound, Ré, Ré, Ré. So, was haben wir denn noch? Ich muss noch ein Kommando machen für meine Website. Kommando ist einfach Olaf. Okay, das geht's. Uh-oh, okay, 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 okay. Uh-oh, okay. gut dass die zwei spieler die zwei aus der aus bretford überhaupt nicht antworten da drauf was ich geschrieben hatte ist schon ein bisschen unmöglich wenigstens so ein ne aber wenigstens so ein nein einfach ich habe es nicht gelesen jaja immer diese ausreden kelio hat überhaupt nicht geantwortet und solaris hat sich einfach auf gelb gestellt und ist immer noch ein ziel ob die bock haben mit uns sich zu spielen also direkt angeschrieben oder nur im links ja ja direkt also im channel bradford direkt angeschrieben also erwähnt i und hier oder hier 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 Okay, okay, okay. 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 immer ja bei morgen wenn Bani, Freitag fängt Motorrad kaufen. Was holst du dir? Wir haben bei uns in der Nähe, also bei mir in der Nähe ist eine Stunde weg. Das war jetzt eine Laufaktion. Es ist eine Stunde weg von mir. Und da ist ein Motorrad-Bazar. Und da fahre ich hin mit meinem Freund. Und guckst was es so gibt? Genau. Ich habe knapp 2.000 Euro zur Verfügung. Mehr werde ich nicht ausgeben. Ich werde soweit im PUBG. Soll ich noch eine Solo-Runde starten? Nee, ich komme auch jetzt. Komm auch. Was? 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 Kann ich auch irgendwie von Twitch Clips runterladen? Ja. Du guckst dir den Clip an. Also wenn du den Clip anguckst, machst du rechtsklick drauf und dann Video speichern. Müsst du gehen. Und die Frage ist, ob er fremd die Videos speichern kann oder ob du nur deine eigenen speichern kannst. Nee, nee. Du kannst ja auch so an von anderen Leuten die Videos speichern. Müsst du, ich will, Bane vom Motorrad her, will ich jetzt was gemütlich lassen. Keine Rennmaschine, weil sonst bin ich innerhalb von einem halben Jahr, Jahr tot. Oh, ganz spät. Ja, passt doch auf nichts anderes drauf. Oh, ganz spät in der Nummer 1, ne? Danke, Bane, dass du mich so reinschätzt. Also mit deiner Körpergröße. Ja, ja. Du spasst. Wirklich? Hallo? Ich passe auch auf keine Rennmaschine drauf. Ja, weil du fett bist. Wow. Du weisst wie das geht. Ich weiss. Ich hätte auch sagen können, mit deinen Hobbitfüssen kannst du auch keine Kupplung treten. Ich zeig dir dann meine Hobbitfüsse. Hä? Ja, er hat von den Füssen angefangen, jetzt wie er spaßt ist. Da brauchst du ja gar nichts zu tun, ne? Alter, die scheiss 125 Kubikmaschinen, die kosten fast gleich viel wie normale Maschinen. Du weisst das. Ja, du weisst das. Was? Was? Ich weiss das. Ich weiss das. Ich weiss das. Ich weiss das. Kommt den, den wir mal online hoch? mitmachen den hat auch schon vorhin angeschrieben kam auch nichts bin ich zu hause so wie hat er geschrieben mein stream ich stimmel gerade ein ich hörs das ist sehr intelligent das tat schon leicht weh Vielen Dank. Vielen Dank. Das kommt aber auch aus allen Löchern. Okay. Nein. Stopp. Jetzt nochmal. Ready. Dein Ernst? Ja was denn? Dein Ernst? Ja ist mein Ernst. Wenn es alte Map ist sage ich an. Wenn es neue Map ist sage ich an. Wenn es neue Map ist sage ich an. Bani an. Bani. 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 Ich öffne. Spiel nicht mehr. Wir müssen die Lobby... Was müssen wir da hier lobby? Wir müssen zurück in die lobby. Warum? Weil bei mir fällt das Spiel nicht mehr ich musste es voll stappen. Bin raus. das game ist auch inaktiv hallo im spani ricks entspannst ich kann nichts dafür man starten ist um ein volk mit zwei ungefähr ich denke ich sei schon an oder ist das wieder seine ausnahme ich denke jetzt an ja gott sei dank muss ich jetzt verdienen für meine hochzeit er muss ja die braune machen also gibt es keine aber es hat bestimmt irgendwelche verwandtschaft von dir oder von mir und von ihr ja und wir haben sehr viele freunde versaut sind ja ja also von versaut sein und meine meine kollegen oder meine freunde und versaut sein ist normal also deine kollegen ist mir doch scheißegal wir wollen deine kolleginnen ja da gibt es auch ein paar auch was oder mehr gesagt die freundin deiner frau ja die könntest die könntest die könntest die könntet ihr sogar knacken wenn ihr wollt knacken zusammen knacken und packen knacken ja knacken lass dich mal knacken lass dich mal knacken Olaf knacken Olaf bis du zu meiner hochzeit kommst kannst du schon dialekt ne wahrscheinlich ne dialekt dialekt knacken ja holde mai kann ich dich knacken nein das ist ein schweizerisch das ist keine ahnung wenn du alles gleich müssen wir den anderen spasti fragen knacken holde mai ist nicht österreichisch warte bist du schon da eigentlich irgendwie habe ich gerade einen Fallschirm gehört ich weiß nicht was los ist ich habe einen schweizer Bildschirm ich will ein Auto ja da bist du im Spiel mann und wir warten in der Lobby das ist unhöflich ist der Junge ohja ich bin irgendwo gelandet komm raus jetzt oh warte mal ich kann vier Leute töten komm raus jetzt komm raus komm raus komm raus Peter sofort sofort Junge Mann aber dale also kommt jetzt fix am Samstag oder wie was kommt Samstag kommt jetzt 100%ig am Samstag erst Tag der Hochzeit ja wie gesagt also wir das kannst du im Prinzip selber entscheiden aber ich glaube zwei Nächte ist halt ein bisschen zu lang ne warum weil Kind zu Hause und ach muss auch aufs Kind auch passen kannst ja nicht fünf Tage bei der weil Schwiegerei dann lassen kann oder soll oder ne 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 wie ihr wollt hab ich die wieder abgestürzt nicht du hast ja schnauze knacken 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 Und so Bibelwichs ist ja auch nicht dabei, weil du arbeiten musst, ne? Was? Du bist ja auch nicht dabei, weil du arbeiten musst. Hm. Aber wir müssen ja schonmal was planen für den Winter oder Herbst, Späterherbst. Wie meinst wir? Mit der Community oder nur wir drei? Oder wir? Wir wollten doch hier bei uns eins austragen, Olaf. Da hab ich so ein Kuckelpedal. Ja, das geht so schnell um, Mann. Jetzt ist schon wieder Anfang April, ne? Anfang April? Ja, Mann, das ist wie Anfang April. Oh, guck mal da vorne so ein Habib. Habib. Habibi. 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 Aber was sind das für ne Häuser, dass da keine Scheiben drin sind? Das ist nur ein Bug. Wenn du durchspringst, siehst du nämlich auch, dass da Scheiben drin sind. Das geht nicht gar nicht an. Hallo. Hallo. Ich schluck jetzt mal runter. Ich schluck jetzt mal runter. Spasti. Okay. Muss nicht. Nicht sein. Nicht sein. Faaaack. Geh mal, du bist Streamer. Geh mal, du bist Streamer. Ja, genau. Stimmt. Geh mal runter bei Monti. Nein, Monti. Nein, Monti. Da, Martin. Ja. 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 Aber ich war ja nicht im Spiel. Ach, schäm dich. Immer diese Auswehen von dir. Ja. Die Emily ist wach. Chillt in ihrem Bett und trinkt. Dings von dir mein Schmerz. Schatz links von dir. Da ist deine Flasche. Ich schläft ja gleich wieder ein, wenn sie es gedruckt hat. Ja, aber die findet die T-Flasche nicht. Die sucht gerade das Bett. Die krapst gerade im ganzen Bett rum. Voller Stalker. Da ist jetzt hier ihren Kopf ans Gitter gepresst. Und Stalker. Okay, das sind auf jeden Fall ein paar dabei. Martin geht vorne an dem Gebäude ein Team runter. Bei Olaf. Olaf, bei dir ist ein ganzes Team, ne? Zwei sogar. Aber ich bin hier oben auf dem Dach alleine. Dann kannst du erstmal Loot zusammenballern. Man hört schon die Action da. Das geil ist, ich bin auf dem Dach. Hier kommt keiner hoch. Loot. Ich bin auf dem Dach alleine gelandet. Ja, dann warte ab, bis das eine Team sich niedergemetzelt hat. Oh, da vorne steht einer. Oh, ich habe ihn zweimal getroffen. Er ist nicht down gegangen. Lügenspiel. Da vorne stepp. OK. Dann kann ich hier noch ihren Kopf machen. Ich hab ihn mit der Worte halten. Jetzt kann ich hier weiter. Die rennen hier ums Gebäude rum. Die wissen, dass du da oben bist. Ja klar. Fuck, ich hab nur noch eine Kugel. Jungs, ich vertraue auf euch. Okay, ich bin leer geschossen. Chill mich hier einfach in den Bunker rein und chill hier einfach. Die laufen jetzt da hinten auf den Berg hoch, dass sie auf mich schießen können. Da, 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 schießt schon einer. Oh, ich hab das. Oh, wie geil. Oh, Leute, Hilfe. Guck mal um, 88 am Leben, 88. Und wir sind dabei bei den 88, wo wir wieder runtergegangen sind. Oben auf dem Berg bei Norden von mir aus ist einer. Also, genau hier. Da, wo ich markiert habe. Oh, oh. Alter, die laufen alle den Berg hoch. Die wollen mich alle abschießen. Oh, Alter. Was? Was? Hahaha. Du bist da. Oh, okay. Boah, Alter, war das Knapp! Alles tot! Ich hab dich nicht kommen gehört, weil du die ganze Zeit gelabert hast, Alter. Ja, ja, genau, ich bin schuld, ich bin schuld. Nein, bist du nicht. Olaf, bleib oben, ich geh da auf dem Berg hoch und natze von oben mit der Mini weg. Vierfach. Die sind oben auf dem Berg. Die sind da hochgelaufen. Die sind hier hochgelaufen, die müssen hier oben sein. Ich werd' wahrscheinlich jetzt auch vielleicht mal schnell runtergehen gerade. Warum kann ich hier auf den Vorsprung? Nein! Schießen die noch auf dich? Weiß ich nicht, ich bin ja jetzt schon runtergesprungen, sodass sie mich eigentlich nicht sehen konnten. Und das Ding ist, ich hab' hier gar nichts zum Looten, ne? Lief einer, ne, Barney. Ja, siehst du? Ja, siehst du? Fahrzeug getroffen, haha! Ist er erwischt? Oh. Alter, ich hab' ne Crowbar und ne Wester. Das ist schon krass, ne? Ich lauf' bis jetzt nur... Nur ne Crowbar rum. Oh, war nicht tot. Ja. Ausgenommen. Ja, krass. Es ist wohl nur noch einen, der hier überlebt gerade. Moment, er versteckt hat die ganze Zeit. Verste... Ja, was soll ich denn machen, Alter? Hör auf Ausgang drücken. Du hast eh keinen Loot. Ja, aber dann lass mich doch wenigstens versuchen, niemanden zu holen, du Arsch. Nee, doch. Ist alleine rausgehend, du Arsch. Willst du auch raus? Ja, aber... Schick ja Anti-Mails, ey. Willst du auch raus? Willst du auch raus? Willst du auch raus? Nee, nee. Wo ist das drin? Leider. Weil hier laufen schon welche. Warum rüppst du so, wie so ein X-Halter? Kann ich nicht. Mache ich nicht. Halte ich für ein Gerücht. Was liegt denn da links? Kannst du das looten? Ja. Liegt in der Wand. Hast du denn aus der Wand rausgehend? Die haben das geändert. Man muss jetzt Tab gedrückt, äh... nicht mehr gedrückt halten, ne? Das war doch vorher so, dass du immer Tab gedrückt halten musstest, ne? Du hast... Nein, nein. Das war ja schon immer so. Tab gedrückt und dann ist es geblieben. Es wäre schöner, wenn man Tab gedrückt halten müsste. Wäre schöner. Ich meine, das wäre ja so vorher so gewesen, dass du... Nee, nee. Für was denn? Will für ein Loot, dass man Tab gedrückt halten muss. Das war Tab drücken, dann ist das Fenster erschienen. Und dann müsstest du noch mal Tab drücken, damit es weg geht. Ich glaube, das war schon immer so, ja? Ich glaube, das war schon immer so, ja? Dann mal bitte verblödet. Dann bitte verblödet. Oh, hiesler. Ah, wohl doch. Hier, guck mal ein Schaft. Du, äh, Schaft gesagt. Da war ja noch ein Schaft. Da ist noch einer drin, oder? Ja, genau. Wo du da jetzt drauf schaust. Wo du das blaue Ding siehst. Wo man das blaue Hintergrund sieht. Hashtag, du triffst doch eh nix. Hashtag, du triffst doch eh nix. Du hättest jetzt einen Schnaufen. Hashtag, du hättest aufs Pisse entschieden. So geil, ich, ich... Beine, schau mal im Stream. Ich sehe Olaf für eine Waffe nicht. Olaf schiebt. Aus dem Nichts. Boah, wie das einen verrät, alter. Ich komme aufs Pisse. Ich komme aufs Pisse. So geil, ich komme aufs Pisse. Ich komme aufs Pisse. McSignal. Ich komme aufs Pisse. Ich gehe aufs Pisse. Aber jetzt alles mache. Du hast dich. Wenn ich mir mir da, Entschuldige. Die kleine Bitch Motherfucker Hurenzellen. Habe ich keine Granate? Ne, den hast du schon davor verworfen. Spieler. Einer von drei Seiten. Ja, komm mit der Pfanne Olaf. Ich glaube, jetzt pusten wir gleich einer aus Haus. Mhm. Ja, natürlich. Damatло. Dopp! Und das dritte Spießung? Er pusht die Bastarde. Ich bin erschreckt, Alter. Ich auch. Alter, Alter. Was? Ich auch. Bani? Nein. Drücke R, um den zuschauenden Spieler zu melden. Hä, lol? Olaf, ready. Okay. Vor allem, wie er geschielt hat, einfach, ne? Ja. Ja. Aber bitte verblödet oder bitte verblödet? Bitte verblödet. Verblödet oder verblödet? Ja. 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 Schrei mal richtig laut. Ja. 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 Nicht sein, ha! Bei 3 raus, 1, 2, 3, go, 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 go! Wo kommen wir denn eigentlich von da? Ich drücke schon, ich drücke schon! Lass mal da hin, direkt hier, Alpaco. Spammer, Spammer. Alpaco, Alpaco, ihr bitches. Wann draußen. Wann gehen wir raus? Ja, bin ich! Ich war noch in der Merktrend. Wir haben blaue Markierung. Ja, ich bin, ich gehe hier unten hin. Dann gehe ich da hin. Kommt was mit? Hä, kommt nix mit? Doch, ein Team. Wir gehen da nach links hin, Kimmel. Äh, Barney, von uns links. Siehst du's? Ja. Ja, vorne geht auch noch was runter. Auf der anderen Seite. Ein Team ist auf jeden Fall noch dabei. Zwei Teams sind da. Pushti. Mit was? Mit ner Pumpe. Mit meinem Schwanz, oder was? Trebek, mit ner Pumpe. Schwanz ist ne Pumpe. Ne, mit ner Minigun. Mit ner Pumpe. Aber mit ner K, oder? Mit ner Pumpe. Wow, fuck. Loll, alter. Hey, willst du mich verarschen? Ich war mit dem ersten Schuss schon drauf. Und die Kugel fliegen alle dran vorbei, ne? Zend behindertes Spiel, alter. Ja. Ja. Das war die Kugel, oder was? Nee. Die wär voll für dich gewesen, alter. Komplett ausgestattete Karl. Und du verreckst. Die hätten's sofort gegeben. Weil das wollen wir rausgehen, dass wir keine Runde starten können. Warum, wer lebt denn noch? Lebt denn noch weiter, oder? Ja, aber trotzdem. Da unten, mach doch so. Ballert weg, aber na, Jackson. Mein Programm ist eh abgestürzt gerade. Und wo hat denn da nichts geschossen? Ich bin der Kugel. Ich bin der Kugel. Ich bin der Kugel. Das ist das, was ich. Ich bin der Kugel. Ich bin der Kugel. Ich bin der Kugel. Ich bin der Kugel. Die kommen jetzt alle zu dir. Alle drei bei mir, die haben einen Kram mit dem Dörrerskopf. Die hat alles schlecht gehalten. Die Algrohe? Nee, oder? Senorita, Adriana Lima, Adelina. Was? Okay, ich hab's grad Scope umgeändert. Mann, ey! Jonas? Ey, das gibt's nicht, Alter. Ich war auf seinem Kopf und der Schuss ist einen halben Meter neben ihm eingeschlagen. Das Fadenkreuz direkt auf diesem scheiß Helm. Bitte? Äh. Wir wären's soweit. Wir können. Und das ist ein enthusiasm horrorster Waiti. soll dein Booster geschenkt werden? eingepackt werden nur wenn du mich liebst möchtest du so eine durchsichtige knisterfolie haben mit einer schleife oder weihnachtsgeschenk papier weihnachtsgeschenk papier kommt am besten das will ich sehen morgen im stream sonntag 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 immer wieder sonntags kommt die an die annahmung wenn die mal feucht wird die nase an dank dir habe ich überhaupt keine lust mehr auf laura warum warum so frech ist nicht sein wirst du bist beim gleich f und springen hier war geil ich muss dann nie wieder jemand mit der pumpe wo ist meine markierung ich hab doch gar nicht markiert hier habe ich markiert immer hoch über den wolken oder die haben eine neue anzeige siehst du das ja mit dem metaller und renner ja und auch zieht auch ein bisschen anders aus bisschen dicker geworden damit uns geht niemand runter war das vorher nicht auch schon mit uns kommt keiner runter sicher also hinten habe schon falsch gesehen aber der war nicht unsere richtung nö die haben abgedreht wo ist jetzt die k nicht deine ich habe eine brotpann brotpann eine brotpann und einen vierer und handschuhe oh alter ich habe den vierer noch nicht mitgenommen ich habe gerade gedacht drück gerade auf allen knöpfen rum nur nicht die wo ich treffen will was machst du hier mal warum denn was passt hier denn schon da nicht ich lauf jetzt zurück dass du hier rum geisterst entgegen ist jetzt der richtung von der hauptsache weit weg ich muss dein gestank nicht ertragen alter was sagt die zone ja jetzt ein stück eigentlich ist immer ein auto in der stadt was steht was steht was steht was steht es wäre mir wenn eine waffe in der stadt wäre außer die scheiß HANG vom Airdrop? Einmal, ja. Kann die was? Ist das die richtige Org oder ist das nur so eine... Das ist eine richtige Org. Die ist eigentlich recht gut. Das ist halt eine richtige Org, nur dass du halt ein Vierfach normal drauf machst. Und nicht so wie ein richtiges Diorg mit dem integrierten Zoom. Ach, der M ist da. Der M4 ist da. Der M4 mit 4er Scope. Ich will aber die Uzi nicht haben, ich will lieber eine andere Waffe dafür. Warum sind hier die Dämpfe? Oh! Ja, die nehme ich. Dann schmeißen wir das raus. Das kann raus und das kann raus. Jawohl! In der SKS. Ihhh. Kann man sich da drüber nur freuen, ey. Und dann nicht. Könnt ihr immer auch gar nix. Hi, du. Okay, bei mir ist er auf jeden Fall alleine. Ja, hier sind auch schon die Türen offen bei mir. Okay. Ich brüche mal rüber zum Barney. Ich muss zurück weiter unten die Häuser looten. Dann lass sie doch mal jagen oder so. Ja, ich hab nur heute mal ne Waffe. Wie hast du nicht mal ne Waffe? Weil denn überhaupt nirgendwo was liegt gesteilt ist. Ich dachte, du hast ne Pump. Du kannst mit Pump um dich schmeißen. Und das mit? Ja. Ja. Eben hast du eben gesagt. Dann nimmst du halt mal zwei Punkten in die Hand, Junge. Da liegt ne Grütze. Entschuldigung, ne. Wie heißt die? Äh. Jetzt. Ne Fektor. 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 Hab noch n Vierer gefunden. Nehm ich dir gern ab. Faktor. 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 Nass. Nass sind Fünfer Muni. Nice. Nice. So ist alles klar mit dir, du? Wenn dann nix gehört voneinander. die anbieten also jetzt kann ich euch zu schmeißen mal lieber gucken wo die dutzend alter die dutzend irgendwo bei dir oder die dutzend irgendwo nord-osten wir müssen auch langsam los nach wegen wir sind die sind hier wo sind die hier vor mir irgendwo in diesem kleinen ding ist einer reingegangen diesen kleinen hütten den blauen ja vor dem blauen weißer habe aber nicht gesehen aber schon wieder raus ist mittlerweile kann sein dass er mit leute schon der raus ist aber da war zuletzt gewesen weiß nicht doch noch kein gesehen achte ich bin mit dem haus am haus genau kopfschluss ausgenutzt wo war der im haus in der blauen raus kommen ja da kommt war direkt tot ok ich höre noch steps wir müssen auch jetzt ein auto und los ich lege hier noch ein vierer hin ja genau vier lege ich noch hin den dreier gönne ich mir den dreier helm haa ok ok äh äh lol ich hätte mich gern gefreut über bisschen munition objekt was willst du denn? was brauchst du denn? fünfer naja ich kann dir gleich da noch ein bisschen was geben komm wir brauchen ein auto wir müssen los da der Schauen wir noch. Hier steht nix. Hier steht nix. Lauf, Barty! Lauf, Barty, lauf! Ich bin am 14.8. nicht im... also nicht da. Äh... Zoom. Oh, Barty kriegt schon Schaden. Da bin ich schon in... äh... in Mauritius. In festen Händen. Kann sogar sein, dass ich da wieder... am Heimflug bin, das weiss ich jetzt gar nicht so genau. Ja, aber... ich weiss was auf uns zukommt, ja. Wir haben halt... ich hab halt mit... äh... ...Dashok schon geredet. Wenn wir nix finden, werden wir elendisch sterben. Wir haben nur ein Elend. Das schaffen wir schon noch. Obwohl, wenn sie ankommt, tut's weh. In der Stadt nichts. Ja, ist kein Ding, ne? Das ist ja kein Ding. Kann man dann gemeinsam... gemeinsam leveln dann. WoW oder was? Mhm. Am 18. 18... Entschuldigung. Am 14.8. kommt das neue Patch raus. Alter, wieder mitten im Sommer, ne? Patch oder add-on? Entschuldigung, add-on. Add-on. Ja. Mitten im Sommer wieder, ey. Ja, wo die Schüler alle frei haben, ne? Ich bin ja nur noch Kiddies. Ja! Sommerferien erst mal in der WoW verbracht. So, jetzt tut's weh. Ich musste den Ferien erst mal... ich musste mal arbeiten den Ferien. Hast du Verbände, Barney? Verbände, ja. Ja. Müsste ich halt gleich mal mit Verbänden noch zeigen. Und gleich auch noch zwei Kisten. Soll ich dir den Boxer geben? Bam! Da ist direkt umgefallen. Was ist eigentlich mit Kemal, der ist... Warum bist du nur so weit weg eigentlich? Ich hab mich schon verbunden. Ich bin ein bisschen auf die andere Seite gelaufen, um zu schauen, ob dein Auto steht. Ja, aber das war doch nicht so weit. Wo davon steht ein Auto. Holt zuerst Kemal. Guck mal, wenn ich jetzt gleich im Auto sitze, dann halt euch mal weil hoch. Mit Verbänden oder so. Nicht, dass ich bei euch ankomme, dann wollt ihr euch erst heilen oder so. Sondern macht das schon vorher. Ja. Holt zuerst Kemal. Na, da wach. Ja. So, wach. Ja. 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 Und dann, da wo denn ich euch kommt. Soll ich die Bratpfanne über den Kopf ziehen? Mach doch Ja, mach zu pengen und einer ist aus dem Fahrzeug raus, ne? Ja, ich weiß Nein Oh, fuck, Jungs Oh, nein, Alter Das gibt's ja wohl nicht 50 Sekunden Und die relativ lange Seite Also gleich weiterlaufen Gucken, ob wir wieder ein Fahrzeug finden Oh, ich bin extra vom Gas gegangen, weißt du Und trotzdem geflippt Schau mal hoch, ob dein Auto rumsteht Da oben wird kein Auto stehen Da oben steht kein Auto Und auch kein Motorrad Shit, Alter Schon läuft sie wieder, die Zone Ah, wie dumm, ey Am Ende kommen wir Kommen wir perfekt an Und sind die letzten drei Gegen drei andere Hier steht meistens Manchmal noch ein Auto hier Ich hoffe, da steht eins Jetzt kriegen wir gleich schön Damage Party Ja, jetzt kriegen wir Damage Party Das kannst du klar sagen Das gibt natürlich nichts, ne? Vielleicht zwischen den Häusern Da sind sie fast da So ein Stück Hier vorne steht ein Auto Hier vorne steht ein Auto Auf das läuft es gerade zu Also gleich jeder in den Koffer ranknallen Und dann Ah, da ist es So, lass mich aber auch erstmal hochfallen Habt ihr noch Red Bull oder sowas? Nein Nichts Deswegen Yala, Yala Okay Ja, du Wie weit bist du mit Level 2 mit deinem neuen Charakter? Charakter Versuch mal die blauen Markierungen zu fahren Tone kommt bestimmt auch wieder voll weit Ich fahr mal gleich weiter Deswegen hab ich blauen Markierungen gegeben Ja Willkommen zu den Glück, Olaf Da willst du hin in die Häuser oder was? Oh, RIP RIP Damage Juhu Ah, nice Aber man kommt besser den Berg hoch mit Fahrzeugen anscheinend jetzt Ja Wir haben Power für mittlerweile für Homecom Alter, wir haben keinen Treibstoff mehr Oh bitte kein Ah, ja Aus Warte, warte Roll den Berg runter Roll den Berg runter Ja Wir werden schneller Jungs So, raus Wollen wir hier rechts die Häuser mal abchecken? Ja Oder auch mal reinsetzen und grad mit Verbänden oder so, wenn ihr noch habt Wenn ein Koffer oder sowas drin ist, das bräuchte ich bitte Ich hätte nen Dings gefunden Treibstoff Na, warum wir nicht Doch, wir fahren weiter Sicher? Du bist so ganz hoch oder was? Ich sag dir, es läuft ja aus, dass es fast in der Stadt des Battle ist Also, am besten gleich in die Stadt reinfahren oder was? Stimmt, Stadt, ja Wir sind halt ziemlich außerhalb, ne? Da, wo du markiert hast Ja, dann halt hier in die Stadt Direkt rein Ey, warum hab ich kein... Ey, lol, alter Der Tag noch voll Ich bin unterwegs Kemal, schneller Schneller, Kemal Ich fang voll das Ding, Junge Ah, da musst du drin sitzen, ne? Ja Ja, läuft Jawoll Jungs, wir haben wieder Diesel Wir verpesten schön die Umwelt Fick die Umwelt, haha Hahahaha Ups Alter, ich hab fast kein Loot, ne? Ich auch nicht Ich schweige denn von Heelzeugs Also, wir fahren jetzt direkt in die Stadt, oder was? Ja Oder willst du davor die Stadt nehmen, die kleine? Ach, ich weiß, ich bin mir nicht sicher Ja, ich würd vielleicht sogar Ein bisschen hier rumfahren Gucken, wie die nächste Zone kommt Würde ich jetzt nicht Ich würd jetzt in die Häuser fahren Da können wir noch vielleicht mal looten Ja Vielleicht überraschen wir noch ein Team und metzeln das nieder Ja, ja, ja Eher werden wir niedergemetzelt Ja, ist doch auch nie hier Ja, die haben einen Pinkeler da gelassen Die haben einen Pinkeler da gelassen Ein Pinkeler BING Diese sind schon nah, oder? Fahrzeug Boah, wir sind sogar drin, Alter Habt ihr mich gehört? Ja, ha Ja, ha Man hört's doch Wir konzentrieren uns nur Wer hat noch ne MP von euch? Einer, also ich nicht Auch nicht Ich hab sie gesehen Was sind die Genau auf 130 Ein bisschen hinter dem Hügel Ein bisschen hinter dem Hügel Ich komm hier, Afen Ich komm hier, Afen Von hinten kommen noch mal Schüsse Ja Ja Haben wir gesehen? Von den kamen Schüsse Von Norden Ja 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 Nee Nee Jetzt auch dein Weg Wenn das kommt Kam das aus der Stadt Naja Naja Ich war schon ein bisschen näher Die müssen ja hierher laufen Die Schüsse sind aus Osten Naja, ich wurde einmal aus Norden beschossen, deswegen hab ich gefragt Ja Nee, ich auch Aber es kann auch hören, dass die es vom Auto kam, ne? Nee, nee Die waren ja schon vorbei Bei 150 sind Schüsse 150 ist halt noch voll in der Zone, ne? Hier bei Norden sind wir am Zonenrand, also von da werden bestimmt welche gelaufen kommen Ja Vorne bei euch vom Haus Direkt vom Haus? Da ein bisschen den Abhang runter Ich markiere Hier ungefähr war er Das ist direkt vom Haus, oder? Wo du markiert hast Hier mal guckst du hier links am Fenster, ja? Wir müssen ja eigentlich vorbei Die Frage ist, warten wir? Bis sie vorbei werden? Ich bin down Niemand ist weg Das war auf jeden Fall von, äh, Osten Ja Hier rüber Hier, zu mir Ist das zum Hochfallen? Nein, ich kann nicht Dirk Danke Tak Deine Karne Ja, direkt hier vorne. Hier, direkt hier. An unserem Auto da irgendwo in der Nähe. Ja, am Auto sind zwei. Ja, Alter! Rab zwei! Bani push! Bani push! Nice, Bani! Scheiße! Mach die Tür auf! 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 Schnell! Schnell! Dass ich in die Zone krabbeln kann! Schnell! Ja, ich bin down! Hol mich noch nicht! Wenn ich gleich down gehe... Ah, fuck! Boah, das schaffe ich glaube ich nicht. Nee, das schaffst du nicht. Nein, das Problem ist, wenn du mich jetzt wiederholst, schaff ich's auch nicht mehr in die Zone rein. Ah, Mann! So richtig dumm, Alter. Ich hab auf diesen... Ich hab auf den geschossen... ...und hab... ...diesen scheiß Pfosten getroffen... ...von dem Fenster. Da gehen aber keine Kugeln durch... Das ist der größte Mist, Alter! Das ist mit dem Scheiß da! So, acht Verbände... ...sieben Verbände... ...und da gehen bei uns! ...und nein, das ist der größte Mist. ... ich bin ein bisschen angenehm. Ich habe gar nicht geändert. Und du hast noch nichts nach dem Arschleckchen. Ich muss nur, Spaß von euch. Es will einfach nichts correlations.. bin ich hier hinten dran in der zone noch nicht aber ich habe es selbst können oder bist du in der zone also kein führer nein ich hab doch vorhin einen hingelegt war ein bisschen zonenglück jawohl ich krieg ja vorne an den haufen kann mir gar nicht vorstellen dass auf deiner seite keiner mehr ist noch vier gegner mahlzeit wenn das ein squad ist dann würde ich die krabbe hinten dran also noch drei geil noch zwei ja 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 Lass die sich bekriegeln. Bei 210, 195 war er. Bevor mir gerade aussah, hinten hilft er. Kommt einer, oder? Nix, würde ich sagen. Keine Granate? Ja, komm. Nice, nice, nice. RIP. Scheisszone, Alter, echt. Ja, ging ja jetzt am Schluss. Ja, trotzdem am Anfang wahrscheinlich. Ich hab schon eins, eine Runde Mama noch, oder? Ja, würd ich auch sagen. Jetzt holen wir ein Chicken-Dinner. Ich hab die Schmerze vorne immer von 2, 2, Platz, 2, Platz, 3, Platz, 2, Platz, 3. Jetzt müssen wir ein Chicken-Dinner her. Hallo, Olaf? Bist du der gleichen Meinung wie ich, ne? Meistens nicht, aber ja, jetzt schon. Dann, na, haha, okay, da Chicken-Dinner holen wir ein bisschen schwieriger. Ja. Warum? Ja, ich mag die neue Map nicht so, ich komm da nicht so, ganz klar. Ich hab mich verblödet, ich hab mich verblödet. Ich hab mich verblödet. Habt ihr schon gesehen? Es gibt bald eine neue Map, PUBG. Ja. Sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ja. Nur die Qualität, wo sie hochgeladen wurde, ist halt mega kacke. Jetzt hab ich mit deinem freshen Antioaren. Jetzt hab ich mit meinächen. Generonimo! Ich seh! Ich seh! Ich seh! Was? Dann gehen wir hier hin. Wo ist an Martin? Nein, da kommen wir nicht hin, Olaf. Wo ist an Martin kommen wir hin? Okay. Nur sagen wir Los Leones gehen. Eins, zwei, drei, go! Alles nur ein Spaß-Boy. Deutsche Räder haben einen Fall. Ich bin ein Spaß-Boy. Bannerix hat keinen Humor. Einige gehen nach Hasiendal. Was ist das genau? Unter uns? Ich hab mich aufs Teil und das geht. Oh, bis dahinten kommen wir nicht hin, ne? Vielleicht vorne bis an die erste Halle, aber nicht bis an die letzte. Glauben wir, dass wir nicht von Hasiendal abgeschossen werden. Die haben da schnell Waffen. Glaubt noch ein Team mit uns runter oder wie? Ne, ich glaub die sind alle Hasiendal runter. Ja, wir müssen doch hier vorne looten. Oh jo. Ne, ich komm ich nicht so weit. Gar nicht. Ah, Hasiendal wird schon geschossen. Es war Schalli. Nice. Also bei mir der Halle liegen noch, äh, zwei Westen. Oh, Zorn und Glück. Wir dooten alles, was draußen ist. Wir sind ja auch ziemlich in der Mötcher. Ja. 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 Ja, das ist das. Ja. Ja, das ist das. ich wollte in der Mitte also irgendwie Oh M4 das glück ist mit den schönen das glück ist mit dem pimmelosen warum finde ich da nicht so gutes zeug da müsste ich viel besseres finden du hast trotzdem noch ein pimmel wenn ihr es darf für die mp findet nicht mach ich nope einfach scope rechts ne 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 autopumpe mit ganz geil aber nicht so geil wie die autopumpe eine vss kurzen versuchung das r-dämpfer findet bitte jemand mann es Ich hab ein Schalldämpfer gefunden Ach, ich muss doch hardcore pissen, Alter Geh doch Drei Rucksack, Bitches Oh, Pumpen, Moni Ich hab ein Patron-Gurt für die K gefunden Drei Rucksack Aber Councillor Drei Rucksack Man hat einen Patron-Gurt Drei Rucksack Schlügetan, Nachk� dość ich finde gar nicht mal so schlecht das hat ein bisschen schwer erweitert das magazin vor sr bitches ein bisschen schwer mit der zu schießen aber wenn man das mal raus hat dann ist sie ganz mal so schlecht eigentlich man hat jetzt eine gescheite waffe aber um zwei gefunden haben wenn er will hier ist ein dreier rucksack ich habe eine m16 und achte alter schmeißt das jetzt schmeißt das andere zeug jetzt raus weil meldet sich ja keine ich habe halt leider keine schmeiß mal raus oder mal her wo du es rausgeschmissen was da wo der gelbe marke ist in dem ding drin was so ist nie das blaue da ist nie das er spricht nicht durchs fenster also willst du mich verarschen manche fenster nimmt er nicht die zone kommt ich werde das hat fertig looten ich werde auch mein zweites looten ja ich glaube wir haben genug stuff um uns hochzahlen wir sind immer noch gefunden das ist nicht schlecht habe ich denn so viel acp das ist Wurde ich in die nächste Tone, Jungs? Boah, das ist gar nicht so weit. SKS, bitches! Hast du endlich was gefunden, ja? Ja, endlich ein SKS, boy. Wie er sich freut, wie so ein kleiner Schneekönig. Boah. Ich höre so eine scheiß SKS, irgendwas besonderes. Oh, wer hat sich? Nice. Ich hab einen Achter, wenn du willst. Nee, kann mit dem Achter nicht. Nee. Ja, ich auch nicht. Ich hab eine M4, was soll ich da mit dem Achter? Ich will ja wohl eher was mit anfangen. Also nimm das mal gefällig. Was ist denn los mit dir? Oh, bumm. Alter, die hören sich nochmal anders an, oder? Nee. Oh, nicht frei, ja? Nee. Das ist gar nicht so, was ich eigentlich noch suche. Ich hab ja eigentlich eine M4 mit Charlie und so. Hi. 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 Was spielt ihr? Papke. Zudreht. Hm. Wollt ihr den Spot auffüllen? Also Barney wollte, glaube ich, danach gehen. Oh. Weiß nicht, wie es mit Kemal aussieht. Ja, kommt, man. Auf. Wie sie runden verläuft. So, ich geh mal in die Zone. Die nächste kommt ja schon in einer Minute. Sunny. Hm? Ohne, boy. So, ach, wo bist du? So, ich bin ja, ich bin ja schon in der Zone. Obwohl, ach komm, ich schaue einen Film. Also dann, weiter rein. Juuu, ciao. Tschö. Tschüss. Verwandte das jetzt. Fock. Ich seh, ich seh das nicht. Wer weiß. Hier. Thanks, boy. You're welcome. 40 Sekunden. Läuft die Zone. Schade, ich wollte hier oben nochmal hier hin. Hier liegt bestimmt noch was Gutes. Okay, ich weiß nicht. Oh, ein erweitertes Schnellmagazin, siehst du? Für? Ja, AR. Ich hab ein erweitertes Magazin übrig jetzt für AR, wenn du willst. Na, hab ich selber, danke. Okay, dann fliegt's raus. Ja, aber Wani hat ja auch eine AR, ne? Hab schon einen. Hätte er was gesagt? Hätte er was gesagt? Ich hab immer noch nur ein zweifach und einen roten Punkt. Wollen wir da links in die Häuser raus? Geradeaus, wurscht drauf zu laufen, ja. Ich nehm längst das Ding noch mit. Na, da bin ich aber auf dem Weg hin, gerade. Was meinst? Ich hab zuerst angekündigt. Angucken zählt nicht. Bei den Häusern sieht es so aus, ob die Türen zu werden. Ich könnte aber auch Fake News sein. Oh, natürlich. Ich geh mal zur Tankstelle. Scheint clear zu sein. Ich würde das Fenster nicht gehen. Braucht jemand 5er Mond? was hast du gefunden jetzt ich habe noch eins übrig im vier hast du allerdings für die vektor für die m4 alles alles empfiehlt ausgestattet schon wieder braucht jemand noch ein vierer bankpolster mündungsdämpfer dann kommt sie mich an den traktor wagen polster wollte ja ich habe mich auch noch 30 schuss hin so denkt dann hier an diesem heuchte und dann auch mal da vorne bei 110 ist einer in so eine heuchten da reingelaufen genau der vor uns also er doch der weg der läuft hoch den berg ist alleine ich sehe noch nicht betreffend ein paar mal der olaf kommt und stoppen ab aber aufpassen wegen mates achso eine zone fuck und süden südwestens schüsse lasst uns lieber nach hier hinten gucken dass dann da einer uns überrascht schau mal ein paar verbände rein angeber ich muss sagen zum verband ist schon extremer heilut heilung heilung sage erzones brems ja geht also schafft für die m4 kann schwächt man ist aufpassen dass von hier keiner gezirkelt kommt na und hier oben ja ja die werden was zirkeln vielleicht und richtung enge zone laufen das heißt von links du meinst dass sie hinter uns kommen so von norden oder wie nordost ja da finde ich nicht vergessen was man auch machen könnte da wo ich jetzt markiert habe ich glaube meine markierung ist da irgendwo positionieren hier in den holzern werden bestimmt irgendwo welche sitzen die müssen aber raus könnten sie wegschießen wenn sie rausgehen da hinten ist auch ein drop schlafen da ist einer war direkt tot dann schau mal was dann schau mal was dann schau mal was geil lassen ich bräuchte halt ne gescheite Waffe hier der hat das sanitätszeug ich bin eigentlich voll könnt ihr euch nehmen wenn ihr wollt die zwei koffer mp schaltdämpfer das geil was hat der für eine Waffe m16 m16 munition nehme ich noch mit keine comments da sind noch zwei koffer geh mal nimm die mit bei 140 steht einer 2 2 1 boah geil hier hinten ist eine Mulde Motorrad Jungs 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 holt euch die anderen schnell nice ok fck 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 in die zone in die zone au 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 war mal getroffen den dud ich würde sagen wir laufen auch direkt mal los die kacke ist die kacke ist ich würde das war so ein bisschen außen rumlaufen dass du wenn einer läuft dass wir ihm auf jeden fall in den rücken schießen können also einen von den vier haben wir ausgenockt bis auf mich und seri tut rechner das von meiner sicht eben konntest du schön hoch gucken kann man siehst du einfach mit den achtfach zu ziehen immer noch auf die gleichen die sitzen halt schön oben in der position wir haben ja auch den hangen vor uns geht eigentlich das geht nicht das geht nicht egal durchziehen wir müssen irgendwo in deckung wo sind die ich sehe sie nicht als das ist als der links wird auch geschossen oder ich bin ausgenaukt kann nichts machen jungs ist eigentlich noch folgen der kuhle gerade oder von 155 sind überall da ist einer das einer und da ist einer ich weiß wo die sitzen irgendwie gerade die kommen jetzt runter von 155 das problem war dafür die tone wieder ganz leicht übersehen haben wenn wir die zone angekommen ich habe die richtigen menschen ich war nicht in der zonen ja ich habe mich einmal getroffen ich habe keinen zonen der mensch gekriegt du hast so langsam ja ich bin das sagt ich habe schüsse bekommen gute runde Wissen Sie was? Ich mach die Nacht durch. Ach, du lügst auf. Wie lang bleibt ihr? Nicht so lang. Ja, vielleicht ein, zwei Runden noch. Ach was. Ja, letzte Runde für mich. Na gut, dann krieg ich mir was. Trink danach holen. Jack hat mir geschrieben. Jack hat sich jetzt eine E-Zigarette bestellt mit allen drumherran. Heute sind schon wieder sechs Stunden, ne? Sechs Stunden und 24 verworfene Frames. 24 geht noch. Ja, 24 ist nichts. Ja. Sechs Stunden. Ja. El Pozo. Waffen wir in El Pozo? Boah, das ist schon weit. Aber wir könnten hier hinfliegen und dann halt mit dem Auto nach El Pozo. Ja. Ja. Und wenn wir sehen, dass nicht viele Leute zu links bei uns gehen. Okay mal. Okay, ja. Über mir ist einer. Ja. Wenn du durch hingeht. Der denkt dich was Besonderes, ne? Der denkt, dass du krall bist und der will dich von Hentern unterhoben. Schön richtig, kraftig. Ja. Oder wollen wir Sankt Martin ran? Okay, Sankt Martin gehen. Ah, alter. Olaf? Mhm. Der ist tot. Mhm. Dreh ab, wir landen hier vorne vor Sankt Martin an der Halle. Hier vorne ist ein Bus. Hier vorne ist ein Bus. Lass den nehmen und durchfahren. Hier. Geh mal das hinten raus. Dann geh mal noch. Geh mal, du läufst weiter Richtung Marker. Richtung deine Marker. Bani, komm schon. Ich komme. Oh, ich hänge dann so ein Teil. Da ist das. Jetzt bin ich drin. Ich kann uns verteidigen mit fünften Schuss. Alter, sie ist noch in der Zone. Oder wollen wir dann gleich hier runter fahren? Ne, lass mal nach El Pozzo. Und dann fahren wir hinten raus und dann können wir von hinten die Stadt durch looten. Okay. Was? Hallo! 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 Was geht? Oh, du lieber Busfahrer. 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 Oder der Busfahrer. Oder der Busfahrer. El Pozzo. Busfahrer. Okay, ich gehe hier raus. Danke für den Schaden, Olaf. Kein Problem. Ich fange trotzdem hinten an. Okay. La 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 la. M4is da 2 Helm is da BINCH EFTA is da Is da KINAHM is my girl KINAHM is my girl AKM is da 3er Rucksack EFTA KINAHM 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 wenn jemand ich probiere mal mit AK zu spielen ich auch oh ne M4 M4 hab ich auch schon gefunden aber ich probiere es mal mit der AK ich hab AK wenn jemand eine Mini findet ich würde sie gerne nehmen dafür kriegt er auch ein erweiterter Schnellmagazin AR ich kann es sonst wo hinstecken ich könnte auch noch AK Munition anbieten ganz viel aber meine Taschen sind voll ich bräuchte halt Fünfer ich schmeiß doch die Fünfer die AK Muni raus ne ich hab ja gar keine Fünfer mehr also Fünfer ist rar von 8 ja so neig amitke mhm ja ich mache ich weg was mache ich weg eigentlich ist ak muni schwerer als der rest ich weiß es nicht weil ich habe gar nicht so viel muni einstecken ich habe gerade mal 300 schuss und ein zweierrucksack und trotzdem kann ich das mal aufnehmen oh vierer nice das habe ich gesucht genau darauf habe ich gehofft jungs wenn jemand noch einen griff für eine ar hat oder habe ich noch übrig ja gerade abgenommen und frontanbau irgendwas wo geht er runter schade nicht hier ein bisschen weit weg schade weil wir sind ziemlich weit oben ich habe kein platz mehr bei mir kann man noch aushalten hier oben ist noch ein bisschen fünfer muni in dem haus hier wer mit einem mini findet ich würde es gerne nehmen da bist du mir alter zwei pro fahne pinis will niemanden achter dann behalte ich es ja mit so ein vierer oder ein zweier vierer wäre nicht schlecht du bist hier das vierer wenn jemand ein zweier das was überhaupt würde ich gerne nehmen zwei wirst du bei mir wenn ihr noch keins habt ich habe zwei gefunden und habe noch ein bankpolster oder hast du noch ein bankpolster hab mein airschall gefunden guck hast du es gehört nein siehst du ich habe es gehört ich habe auch auf die mauer bei dir geschossen hä, Bunny, warum bist du so mega hurted ich bin in der zone außerhalb der zone meinst du das wo bist du du musst aber kommen also eine minute und wir haben eine lange seite wir haben noch ein auto ich weiß nicht mehr wo das steht unterwegs ist mir steht motorrad 3er oder 2er 3er Bunny, komm ich komme glaube ich ich pumpe mich gerade hoch und dann komme ich wo steht denn das du, wo siehst denn du das nein, ich bin davor vorbei gelaufen es steht an der straße hier steht es, glaube ich, irgendwo hier steht es, glaube ich, irgendwo ein Labyrinth, ich komme hier nicht mehr raus Bunny, go go da ist das Motorrad Bunny, ich muss dich leider zurücklassen du hast zu lange gelootet Alter, wo rennst du denn hin? du rennst ja von mir weg du hast gesagt, du musst mich leider allein lassen ja du bist ja auch ein Lauch da vorne ist ein Drop, wollen wir uns den holen? hm, nein oh Achtung oh, fuck sicher? der liegt ja quasi auf dem Weg ich muss mich halt irgendwo vorher hochheilen, ne? du wirst jetzt eh gleich sterben, wenn wir flippen nehmen sie mich nicht mit, oder was? wo bist du denn? ja, hier unten ja, wo hier unten? ja, am, 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 in der Stadt durchlaufen bleib stehen, bleib stehen und geh mal ab, bleib kurz stehen, ich muss mich hochheilen und heilen warte, Pankeler ist noch gleich durch drei, zwei war der abgebrochen jetzt? hä? war der jetzt abgebrochen oder durch? ne abgebrochen bei 0, ja, aber ich 4,5 die sind vor der Zone die sind vor der Zone heute der der das der 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 da unten da ist noch was drin wollt ihr was haben 249 das maschinenpistole und und 200 m5 schluss und nach der scope ach das geil für meine für meine karte willst du die links nehmen die m weil du sie kriegt schaden ich habe noch ein achter ich habe das achte mich ich bräuchte und vierer dann nimm das vierer hier liegt hier käme ich hab noch zwei wenn du willst lange seite wieder gleich laufen jungs nach dem auto also das genau da der drop wanne aber nicht in der zone richtig an sie aber fast ja aber trotzdem hochheilen das heißt er wirft ihn halt innerhalb der blauen zone ab nicht der weißen obwohl das ist glaube ich auch random scheiße wird denn das motorrad behalten sollen ja ich fühlte sich so ein schön weit ja ich fühlte sich so ein schön weit könnte man eigentlich schaffen wenn wir durchziehen also da vorne ist noch ein job ich habe eine tasche die komplett hoch als sr schalldämpfer band und eine krotze er war sogar ungelootet also nur eine grotze sonst noch was ja und sieben harmonie eine spritze aber die habe ich mir gegönnt die frage ist laufen wir durch ein auto das könnten wir jetzt schnell nehmen warte bleib doch stehen warum ich habe sieben koffer jungs ja ich bräuchte oder so hat das jetzt habe ich alles was gedeckt nehmen das was du haben brauchst das drei haufen mit schossen ich bin vorne warum kann ich es einmal hatte jetzt ich trockte wieder fünf anlassen habe ich zwei stücke schon wieder die lange seite und diesen gegner jedes mal wenn ich schieße der ist aus der ist tot hier ausgenockt also sind noch andere gegner rüber haben sie gesehen unten aus den häusern irgendwo lauf weiter 30 kunden zu und die sterben außerhalb wenn ich schon besucht waren die nicht gedicht laufen parallel zu uns links müsste eigentlich auch noch jemand laufen ich schaue ein bisschen nach rechts ich schaue nach links ja und links 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 aber alter das ist rechts von uns ist niemand ich habe keinen Laufen gesehen bis jetzt laufen weiter geradeaus da oben 100 prozentig geht die zone hierhin da müssen jetzt kommen und Das war's. also warum habe ich auch immer so standbild da das bei dir abgestiegen er macht oben auf dem buckel scheiß ak alter wir hochpusten zu dir kommen ich habe blau markierung zone geht dorthin wir müssen hier oben in der hütte oder so sitzen kein plan ich komme ein bisschen aus der hand also von süden so wo wir ihn ein bisschen flankieren kann das ist dunkel weil da oben sind sie da hinter einem gehockl hoppel ja die sind in dem haus drin das ist nur einer dass uns einfach hier drum herum schnitten wir sind schon in der zone ist er ich weiß es nicht vermute mal in dem wo du jetzt davor steht ich werfen meine granate rein also bei mir ist er nicht drin hier in dem bei mir ist die garage hier ist er auch nicht drin Achtung granate ich glaube ich habe steps gehört oder Achtung granate den den der das der ist ist der der ist der Oh, Schiss auf mich. Oh, fuck. 140. Achtung, okay. Ich habe ihm ein paar gegeben, Olaf. Ja, was ein Typ, Alter. Scheiße, die scheiß AK, Alter. Weißt du was, die robbt? Gar nichts. Rechts von dir, Baradet. Ah, Mann, Alter. Hä, das war die Letzten? Mhm. Nein. Ah, fuck, Alter. Ich habe alles zerlegt, Alter. Ich habe mein Computer. Ich habe was gehört. Gibt es da so einen Clip? Nein. Nein, es gibt keinen Clip davon. Ich mache morgen einen Clip davon. Die nächste Übertragung heute noch. Wenn er den Stream jetzt beendet, das Video ist doch schon online, oder? Das Video ist jetzt schon online. Du machst ja bei Olaf auch während dem Stream. Die Bilder, ne? Gerade die Clips. Also, ihr seid raus, ne? Ach, komm, eins geht schon noch. Olaf, du? Ich bin raus. Ach, komm, Olaf. Eine schnelle Runde. Ich bin raus. Ich bin in der Schule. Nein, ciao. Tschüss, Olaf. Ciao, ciao. Lief, Olaf, lief. Olaf, lief das Team, Olaf. Danke, Olaf. Hörner, war nicht so aus dem Team raus. Ich bin auch raus. Hast du auch keine Runde mehr? Nee. Ich ziehe mir jetzt die zwei neuen JP-Videos vielleicht noch rein. Naja, du ziehst hier ein, zwei Minuten Chatterbait rein, ja? Hab schon verstanden. Ich kenne solche Seiten nicht. Ja, genau. Ausgerechnet du kennst. Was machst du jetzt? Tust du jetzt das Clipen, oder was? Mhm. Porsche 911 Turbo. Alter, ich hab wieder voll geschild. Wir hätten bei dem Haus nicht so lange warten dürfen. War das noch einer, oder war das noch? Nee, ähm, vier. Zwei. Achtung. Dann nehmen wir zwei. Ach, schon wieder, ne? Schon wieder zweiter Platz. Alter. So, Stream. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis, äh, Montag. Ja, bis Montag. Ich wünsche euch was. Gute Nacht. Tschö. Jö. Tschö. Beatles ist für Olde wie Eert television macht er alsgeist. Bis, los Mannes. Gill Pose. Musik culture number. Ich wünsche euch mal wieder und verrугain das Следiskt vide. Lass uns bitte so viele Lass. Wirodzi einfach ein bisschen Gäste.